Ahoi! Hier spricht Bria. Ich bin Dresdner Comic-Künstlerin und Illustratorin. Meinen Stuff findet ihr auf Toonsub, Instagram und Artstation. Schaut mal vorbei. Und nun geht's weiter mit den Comic-Cookies. Cookies, Comic-Cookies, lecker! Hallo und herzlich willkommen zur niegelnagelneuesten Ausgabe der Comic-Cookies. Ich bin der Andi und ich heiße euch herzlich willkommen hier in der Comic-Reiseapotheke eures Vertrauens. Wir haben hier alles dabei, was ihr für eure fantastischen Reisen in fantastische Ländereien, in fantastische sequenzielle Kunstwerke braucht. Unter anderem sind wir auch eine Apotheke. Ja, bei uns schlägt in der Brust die Kraft der zwei Andis. Hallo Andi! Schönen guten Tag! Ich bin jedes Mal wieder überrascht von deinen vielleicht geskripteten, vielleicht improvisierten, ich weiß es nicht so genau, Intros. Also gut, heute sind wir in der Apotheke. Grüß euch! Wir haben für alle Eventualitäten was am Start. Wir können von überall was besorgen und ich sag mal, manchmal, da gibt's auch was von Patrick Farben. Hi Patrick! Hi! Und hin und wieder, da sind wir uns total unschlüssig, was wir eigentlich machen sollen. Und dann, ja, bei Risiken und Nebenwirkungen, da fragen wir unseren Arzt und Apotheker. Moins und Breedstorm! Servusle! Ha, war gut, oder? Ja. Ah, wow, ich hab, ah, okay. Solange du Spaß hast, solange du Spaß hast, ist alles okay. Hab ich mir auch gedacht. Deswegen machen wir den Quatsch hier auch, gell? Der ist ordentlich auch Fustensaft, der. Herzlich willkommen zu Andis Therapie-Podcast. Wer wird therapiert, der Andi oder therapiert der uns? Oder werden die Hörer? Ja, gegenseitig. Gruppentherapie, genau. Anonyme Comic-Länder. Das ist auf einer Meta-Ebene. Andi ist in Wahrheit nur eine Einbildung. Oh Gott. Ich hab doch gar nichts getrunken heute. Wir hatten tatsächlich auf die letzte Folge Feedback, ne, Jungs? Wo, da haben andere Leute haben was gehört, was wir in Mikros gesprochen haben. Krass. Twitter war unter anderem am Start, ne, Breedstorm? Ja, auf Twitter schrieb der Martin Rückheim, neue Comics, Spiro bei den Sowjets empfohlen von Comic-Cookies. Und dann hat er sich auch noch gegönnt, das erste Trade von Chu. Und dazu schrieb er, da ich Chu mag, bin ich sehr gespannt. Also hat sich zwei Sachen von uns gegönnt, die wir empfohlen haben. Das freut uns natürlich sehr, wenn wir sowas hören. Da haben wir viel Liebe für übrig. Und wir haben natürlich gleich gebeten, dass er mal Rückmeldung gibt, wie er das Ganze findet. Und da schrieb er, das werde ich machen. Wir sind gespannt. Man muss dazu sagen, das ist jetzt die neue Serie von Chu. Da geht es um seine Schwester. Also Chu mit U, nicht mehr mit E, W. Also das haben wir auch noch nicht gelesen. Ich bin aber auch schon sehr gespannt, vor allem weil ich mit Chu auch großen Spaß hatte und gespannt bin, wie sie die Welt jetzt noch ausweiten werden. Das war am Ende ganz schön lang, ne? War das nicht irgendwie auch mal langsam auserzählt? Es hatte ein gutes Ende gefunden, von daher, ich war zufrieden und habe da die ein oder andere Länge verziehen. Hm. Okay. Hat die Sandra sich gemeldet? Die gibt uns immer Feedback. Hat die das diesmal auch gemacht, Patrick? Sie fand es schön, dass sich Steffen wieder gemeldet hat. Hat sich dafür bedankt. Augenblick. Ich hole es mal gerade. Danke für den Witz, hat sie geschrieben. Das ist genau der Moment, wo wir, glaube ich, auch einfach der Vollständigkeit halber den Witz des Monats präsentieren. Wupp, wupp, wupp. Yes. La, la. Hallo, ihr Lieben. Auch diesmal sollte ich wieder einen Witz erzählen. Und diesmal ist es einer meiner Lieblingswitze und der stammt auch noch passenderweise, denn wir sind ja bei den Comic-Cookies, aus einem Comic. Zwei Irre in einem Irrenhaus wollen fliehen. Sie steigen aufs Dach und wollen mit einem Sprung das nächste Gebäude erreichen. Der erste Typ springt und ihm gelingt es problemlos. Der zweite jedoch hat Angst. Da sagt der erste, ich habe eine Taschenlampe und leuchte über den Abgrund und du kannst auf dem Strahl rüberlaufen. Der Verängstigte schüttelt mit dem Kopf und meint, glaubst du, ich bin irre? Du würdest sie ausmachen, wenn ich halb drüben bin. Und an euch gibt es dann jetzt noch die Frage, hat Batman nach diesem Witz den Joker getötet? Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das ist nur für dich, Sandra. Liebe Grüße. Das ist übrigens die liebe Sandra vom Podcast 3 Phone & Comics und vom Blog Booknapping. Da auch ganz liebe Grüße nochmal raus an die liebe Sandra. Natürlich auch an den engen Steffen, ne? Richtig. Und an den Leger Legende, von dem wir vielleicht auch noch den Monat einen Einspieler kriegen, weil er kriegt ein Presseexemplar zum aktuellen Angel-Comic-Reboot. Was wir ihm dann zukommen lassen haben, weil er da einfach am besten in der Materie drin steckt. Da bin ich mal gespannt, was kommt. Ihr habt auch an der Stelle bereits eines von zwei mir vorliegenden Intros gehört von einer netten Dame. Entweder eine nette Dame aus dem Rhein-Main-Gebiet oder eine nette Dame aus Leipzig. Das müsst ihr selber rauskriegen. Das sind beide cool. Yo, das ist, glaube ich, vielleicht noch Vollständigkeit halber, wir haben etwas geschenkt gekriegt. Und wir als Comic-Podcast haben vom befreundeten Illustrator und Comic-Zeichner Sascha Dörp eine der wenigen Hardcover-Ausgaben oder überhaupt gedruckten Ausgaben seines Comics Kein Vaterland bekommen. Das ist ein 365... Kein Vatertag. Kein Vatertag bekommen. Du hast gesagt Vaterland. Stimmt, den gibt's auch. Das ist gleich viel politischer. Kein Vatertag, genau. Das ist ein 365-Tage-Comic. Da hat er jeden Tag ein Panel veröffentlicht, das online gemacht, sowohl auf Instagram als auch auf der Seite Sequentials vom lieben Hock. Und da gibt's jetzt in kleinster Privatauflage auch eben die gedruckte Version, die uns vorliegt. Das hab ich alles online gepostet. Vielen Dank, das kriegt ihr die Tage irgendwie auch mal. Ich werd das hier rumreichen. Das hat irgendwie jeder, der möchte, mal in der Hand gehabt. Also, wenn ich das richtig verstanden hab, es wird schon auch noch eine reguläre gedruckte Ausgabe geben. Nur jetzt, das ist eben so diese Ansichtsexemplar für Freunde-Ausgabe, oder nicht? Da gibt's noch nix Konkretes. Das ist erst dran, glaube ich. Aber er hat noch keine Zusage von seinem Haus- und Tor-Verlag. Dann will ich nix gesagt haben. Vielleicht hab ich das einfach falsch verstanden. Ja. Der Moderator trinkt, deswegen die Pause. Ja, richtig. Alkoholfrei. Ginger Beer. Andi hat gedacht, oh, wenn der andere Andi jetzt redet, kann ich dir mal eine trinken. Das dauert länger. Ja, nee, muss auch mal sein. Ich hab jetzt ganz neu Ginger Beer entdeckt für mich und auch Brotbacken, aber dazu später mal mehr. Was haben wir denn noch entdeckt? Genau, cool. Also, kein Vatertag, tolles Ding. Patrick, du hast es auch gelesen, online, ne? Ich hab's online auf der Seite von Hans-Olaf Klöppel gelesen und war da auch recht angetan. Ich hab immer wieder mitbekommen, dass dieser Comic existiert, aber in dieser täglichen Dosis hab ich mir das dann nicht gegeben. Es wirkt halt wirklich so, als würdest du im Supermarkt stehen. Und da ist jemand vor dir, der die zwei Euro in einen Cent Münzen zahlt. Deswegen hab ich mir das lieber gebündelt am Stück gegeben. Hübscher Vergleich, das find ich nett. Hat's dir denn gefallen? Ich fand's lustig. Da war, ähm, ich fand's beeindruckend, dass Sascha auch mal so eine alltägliche Story erzählt und trotzdem seinen nerdingen Humor dabei nicht verliert und da auch immer wieder mal so kleine Anspielungen mit einbringt. Also, er hat sich da nicht komplett verleugnet, aber es war mal wirklich eine andere Fassade von ihm. Und der nächste 365-Tage-Comic ist ja bereits gestartet. Der heißt Drinnen und spielt in dem Hochhaus. Das ist wohl ein Horror-Comic. Und da gibt's natürlich, weil eben jeden Tag ein Panel kommt und wir sind grad Mitte Februar noch nicht so viele Panels. Aber auch das scheint ein sehr interessantes Projekt geworden zu sein. Wird das ein Horror-Comic, bei dem bin ich dann auch direkt eher connected? Ja, sieht wieder gut aus. Also, an der Stelle Shoutout an den lieben Sascha Dörp. Yo, damit haben wir, glaube ich, die Liste der Dinge, die wir gemacht haben, sollten abgearbeitet. Dann wird's Zeit. Wir sind nämlich ein Comic-Podcast und wir rezensieren Comics. Das ist toll. Und wir könnten mal sagen, was wir so einfach so vorhaben heute. Breedstorm, wie sieht's denn bei dir aus? Welche Comics hast du uns denn heute mitgebracht? Also, bei mir wird's ein bisschen depressiv heute. Einmal Mutter hat Krebs von Brian Feiss und La Casa von Paco Rocca. Da bin ich gespannt. Andi, was hast du in Petto? Ich hab die Reihe Sweet Tooth von Jeff Lemire und den Band Starlight von Mark Miller und Goran Palov. Supergeil. Patrick, wie sieht's bei dir aus? Ich hab noch etwas aus dem Insektenhaus-Verlag, wieder von Daniel Sedielsch, diesen kroatischen Comic-Zeichner und Autorin. Niemand außer dir. Und dann noch von Gowatanabe, Nick Gotanabe, Die Berge des Wahnsinns. Ist bei Kazen Manga erschienen und ist quasi eine Adaption des berüchtigten Lovecraft-Werks. Beides, beide Werke in schwarz-weiß, also bin ich heute auch schwer depressiv. Voll arzi-fazi. Sagt der, der gerade die Rolle in der Hand hat. Ganz genau. Wegen arzi-fazi. Das ist nämlich ein Experiment, auf das ich heute eingehen möchte, das ich mal gewagt habe. Zum Comic Shipwreck von Paul Reitzel, oder Rietzel, Entschuldigung. Er scheint beim Round Not Square Verlag und ist eine Schriftrolle. Was ganz Besonderes, darüber müssen wir heute sprechen. Und das hatten wir ja letztes Mal zum Thema in der Ausgabe. Ich hab ja vor, meinen Manga-Horizont ein bisschen zu erweitern. Und aus genau dem Grund hab ich mal auf die Empfehlung gehört, die der liebe Thorsten von Plam Plam Productions rausgehauen hat. Er meinte, ich solle doch, wenn ich auf düsteren, dystopischen Science-Fiction-Scheiß stehe, unbedingt mal in den Manga Last Hero Inu Yashiki reinschauen. Und genau das hab ich getan, mir vier Bände besorgt und über die werde ich heute reden. Und jetzt können wir uns überlegen, in welcher Reihenfolge wir heute anfangen wollen. Am besten in der Reihenfolge der Anmoderation. Andi, wie sieht's denn aus? Stell uns doch mal deinen ersten Comic heute vor. Also, ich habe als ersten Comic dabei Starlight. Gezeichnet von Goran Palov, geschrieben von Mark Millar. Die Farben sind von Iwe Sforcina und das Lettering von Marco Sundic. Und man, wie immer, verzeihe mir, etwaige Fehlaussprachen dieser Namen, die mir so nicht so vertraut sind. Comic war ursprünglich eine sechsteilige Heftserie, die es im Sammelband gibt. Ist bei Image Comics 2015 erschienen und es gibt auch eine deutsche Ausgabe bei Panini. Ich habe die amerikanische Ausgabe gelesen. Voll heißt der Comic Starlight The Return of Duke McQueen. Ist eine Science-Fiction-Abenteuerserie, die mir schon seit ein paar Jahren von einem Freund immer wieder mal empfohlen wird. Hauptsächlich deswegen, weil er weiß, dass ich ein großer Fan bin der 30er Jahre Flash Gordon und Buck Rogers Schwarz-Weiß Serials. Die liefen im Fernsehen, als ich klein war, so in den 80er Jahren. Und weil alles, was Science-Fiction war, für den kleinen Andi Preller in den 80er Jahren immer super war, waren das eben auch diese Schwarz-Weiß-Serien, die in den 30er Jahren so als Vorfilmchen in Kinos gelaufen sind. So von Woche zu Woche immer eine neue Episode, wo so der berühmte Cliffhanger auch herkommt. Also immer ein ganz dramatisches Ende, so nach etwa 20 Minuten oder so. Und dann in der nächsten Woche ging es dann wieder weiter. Wie gesagt, lief eben im Fernsehen, als ich klein war. Gab es dann später nochmal auch Wiederholungen. Und ja, diese Serials sind natürlich auch, wie wir alle wissen, Vorbilder für Star Wars zum Beispiel auch gewesen. oder jetzt Flash Gordon nicht so sehr für Indiana Jones, aber gerade so diese Abenteuer-Serials waren für George Lucas eben auch große Inspiration für Indiana Jones auch. Und Starlight, The Return of Duke McQueen spielt quasi so mit diesem Flash Gordon-Mythos. Also die Figur, wie der Till sagt, heißt Duke McQueen und heißt nicht Flash Gordon, weil das natürlich aus Rechten nicht geht. Aber es ist sozusagen eine Flash Gordon-Fortsetzung. Flash Gordon, ursprünglich ja auch ein Zeitungs-Comic-Strip von Alex Raymond und erst dann später natürlich auch verfilmt. Und dann gibt es natürlich den 80er-Jahre-Film und noch diverse andere Variationen. Also, Starlight. Es geht darum, Duke McQueen war vor 40 Jahren eben so dieser Space-Held, der auf eine fremde Welt kam, wo er dann zum Helden geworden ist und das Königreich gerettet hat, die Prinzessin gerettet hat, wie auch immer. Kam von dort aus dann wieder auf die Erde zurück und niemand hat ihm geglaubt von seinen Abenteuern, weil es gab auf der Erde noch keinen Kontakt mit außerirdischem Leben und dann ist da dieser Typ, der irgendwas erzählt von wilden Kämpfen gegen Monster und Prinzessinnen und alles im fernen All und ganz klar ist ein Spinner, dem glaubt man nicht. Gründet dann Familie, Frau, ein paar Kinder und die Jahre gehen ins Land und das ist dann, wo der Comic auch einsetzt, eben diese 40 Jahre später auf der Welt, die Duke McQueen vor 40 Jahren gerettet hat, besteht neue Gefahr und Duke McQueen wird dort so als Held auch verehrt, gibt Statuen von ihm, all sowas, jeder Kind ist mit seinen Heldentaten aufgewachsen, kennt die Geschichten und es besteht neue Gefahr, also man kommt auf die Idee, wir holen uns diesen Helden von der Erde wieder, der hat uns vor 40 Jahren schon mal gerettet, der kann uns wieder retten. Duke McQueen, seine Frau ist dann mittlerweile verstorben, seine Eltern, seine Kinder, wie gesagt, halten ihn auch so ein bisschen für so einen seltsamen Spinner und dann taucht dieses Raumschiff bei ihm auf und sagt hier, Duke, wir brauchen wieder deine Hilfe. Er natürlich mittlerweile ein etwas älterer Herr, nicht mehr ganz so fit, wie es in jungen Jahren war, aber denkt sich, hier halten mich eh alle für doof, ich habe nichts zu verlieren, also fliege ich da mit auf diesen Planeten. Und dort erlebt er dann als älterer Mann wieder solche Abenteuer, wie er es eben als junger Mann schon mal hatte. Es gibt da auch immer wieder teilweise so ein bisschen Rückblicke auf diese jungen Abenteuer von ihm und ja, darum geht es dann, wie löst er diesen Konflikt auf dieser Welt und wie geht es dann auch weiter, kommt er zurück auf die Erde oder nicht und all solche Sachen. Spricht mich komplett an, ist genau mein Ding, also der Freund, der mir das empfohlen hat, hat mich da auch absolut richtig eingeschätzt, so diese Pulp-Abenteuer-Geschichten kriegt man mich immer mit und auch so dieses, diese verklausulierte Flash Gordon-Fortsetzung, die auch von den Designs der Raumschiffe sich darauf bezieht, eben auf die die alten Comic-Strips, Flash Gordon-Comic-Strips und die Fernsehseries, beziehungsweise Kinoserials, die ich als Fernsehserie gesehen habe. Obendrein finde ich, dass beim Zeichenstil auch ein guter Schuss Möbius noch mit vorbeikommt, also da ist so einiges an Designs drin, so an Kostümen und an Kopfbedeckungen und so, wo ich sage, ja, das habe ich so in Möbius-Comics schon gesehen. Goran Palov hat einen relativ dünnen Strich in seinen Zeichnungen, was ich auch so ein bisschen auf Möbius mit zurückführen würde und also ich hatte einen Heidenspaß mit diesem einen Band, habe sofort Lust gehabt, eigentlich auch so die früheren Abenteuer des Duke McQueen zu lesen, also diese Rückblicke auf seine früheren Abenteuer vor 40 Jahren sind auch immer nur so einzelne Panels, also das zieht sich jetzt nicht über Seiten hinweg, sondern werden nur so einzelne Bilder gezeigt, so von verschiedenen Kämpfen gegen unterschiedliche Monster oder so und es hat mir total Lust gemacht, diese Abenteuer zu lesen, die es natürlich nicht gibt, also beziehungsweise da liest man dann halt alte Flash Gordon-Comics, um das zu haben, also ich habe festgestellt von ein paar Leuten, ich bin jetzt, ich bin nicht so der große Mark Miller Kenner, also ich kenne den, ich habe Interviews mit dem gehört, ich weiß, welche Comics der gemacht hat, ich habe ein paar von seinen Filmen gesehen und ich habe, ich glaube, vor Starlight war Wanted der einzige Comic von ihm, den ich gelesen habe oder zumindest bewusst gelesen habe und ich hatte zudem jetzt keine besondere Beziehung, ich habe immer viel nicht so dolles über den gehört, viele Leute schimpfen auf den, alle sagen immer, ja, der macht Comics eigentlich nur, damit die dann verfilmt werden und er noch mehr Geld damit verdient, er hat seine Firma Millerworld ja mittlerweile auch an Netflix verkauft, er ist mittlerweile Angestellter bei Netflix zum Entwickeln von Stoffen und so und ich habe mich ein bisschen in den letzten Monaten mit ihm beschäftigt, wie gesagt, auch längere Podcast-Interviews mit ihm angehört und ich habe da so ein bisschen meine Einstellung auch zu ihm verändert, ohne jetzt, wie gesagt, viele seiner Comics gelesen zu haben, aber ich habe den Eindruck, der Typ hat hauptsächlich wirklich, erstens wirklich Spaß an dem Medium, also wenn es dem nur ums Geld verdienen ginge, müsste der keine Comics mehr schreiben, dann könnte er direkt für Hollywood arbeiten und da teuer verkaufen, aber der hat wirklich Spaß an Comics und der hat halt auch wirklich Spaß an Mainstream-Abenteuer-Comics und, und was ich dann darum auch wieder gut finde, das ist halt ein Band, das ist eine abgeschlossene Geschichte, das ist nicht jetzt unendlich fortgesetzt, ich kann den einen Band lesen und damit Spaß haben und mich dann auch wieder um was anderes kümmern, also mich hat dieser Band sehr überzeugt, auch gesagt, auch die Zeichnung von Goran Palo hat mir da sehr, sehr gut gefallen, ich hätte gerne mehr davon, aber ich finde es auch gut, dass es eigentlich abgeschlossen ist, der Band hat auch ein Ende, ein rundes Ende, also man kriegt eine volle, runde Geschichte erzählt, bin ich Fan von und habe mir auch Lust gemacht, durchaus auch mal zu so anderen Mark-Miller-Comics zu greifen, die in einem Band abgeschlossen sind, der macht da ja doch einige davon und meistens mit recht talentierten Zeichnern, er kann es sich leisten, die besten Zeichner des Businesses zu holen, die sehr, sehr gut zu bezahlen und ja, also ich weiß nicht, ob ihr Berührungspunkte habt mit zum einen Mark-Miller bestimmt oder mit diesem Comic oder ob vielleicht jemand von euch auch diese Serials mal gesehen hat, Breedstorm ungefähr ein Alter, weiß nicht, ob du die in deiner Kindheit gesehen hast, aber falls jemand da Berührung hat zu eben Flash Gordon oder so altmodischen Science-Fiction-Pulp-Geschichten, Starlight ist da meine Empfehlung dafür. Aber Breedstorm, könnte das sein, dass es vielleicht Ähnlichkeiten hat auch zu dieser Reihe, die bei Panini immer lief, die jetzt glaube ich auch fertig ist, irgendwas mit T, Hardcover, weißt du was ich meine? Trigan? Ja, genau, kann das sein? Ja, das geht auch in Richtung klassische alte Science-Fiction-Vorstellung, aber das ist natürlich eine etwas andere Epoche, worauf er sich bezieht, also er ist da schon ganz klar bei Flash Gordon und auch so ein bisschen, was man in dem Film gesehen hat. Aber ich kann natürlich sagen, ich habe das auch gelesen, die Rezension habe ich eben mal nachgeguckt, habe ich 2016 im August geschrieben. Da kam die Panini-Ausgabe raus. Da kam die Panini-Ausgabe raus. Schaut auf der Comic-Community, da steht das und da steht fast exakt wörtlich das, was der Andi jetzt gerade gesagt hat, auch der Möbius-Vergleich und ich möchte einfach mal mit meinem Fazit abschließen, hier wollte Miller ganz klar nicht das Genre neu definieren, sondern Spaß mit den alten Palp-Helden haben. Gerade mit seiner familiären Situation erhebt sich Duke McQueen aber schnell aus der Rolle eines eindimensionalen Ex-Helden und wird zu einem Wesen mit Herz und Gefühl. Und dann noch passend zu unserem Alter, Andi, woran liegt es, dass in letzter Zeit häufig Plots von gealterten Helden erscheinen, die die Jungen noch mal in den Arsch treten? Die mitgealterte Zielgruppe im Bereich der Superhelden-Comics, deren wird es gefallen, ob bewusst oder unbewusst. Da muss ich ganz ehrlich auch sagen, da habe ich aber auch so einen Hang dazu, so Geschichten von gealterten Helden, aber nicht erst, also ich meine, das ist ja Dark Knight Returns, Mitte der 80er ist das ja auch schon und dann erbarmungslos Clint Eastwood ist ja auch sowas, also solche Geschichten von dem gealterten Helden, der noch mal ran muss, das mochte ich auch schon, als ich noch nicht über 40 war. Aber es freut mich zumindest zu hören aus dieser Rezension, die ich nicht kannte, dass das auch Dinge bestätigt, die ich gesehen habe, dass du das auch schon vor fünf Jahren so gesehen hast. Es klingt jetzt aber auch so, als würde sich Mark Miller hier zurücknehmen und seinen Humor etwas beiseite schieben und wirklich mehr das referenzieren. Ich habe ein paar Werke von ihm gelesen, bin da auch immer wieder zwiegespalten, weil bei vielen sind es halt einfach nur nette Ideen, die nicht ganz zu Ende gedacht sind und man merkt wirklich, dass er Spaß hat am Comic und auch am Medium Film, also generell an den Mainstream-Medien. Ich habe da nur dieses legendäre Zitat von ihm im Kopf. Selbst ein beschissener Hollywood-Film ist eine millionenschwere Werbung für seine Comics, womit er ja irgendwie den Nagel ziemlich auf den Kopf trifft. Mein Lieblingszitat, wenn es um Mark Miller geht, ist nicht von ihm selbst, sondern von einem Zeichner, der mit ihm gearbeitet hat. Der Name des Zeichners wurde in dieser Geschichte nicht genannt, aber dieser Zeichner sagte zu anderen Zeichnern, naja, Mark Miller kam auf mich zu und hat gesagt, ich möchte dich einfach zum Millionär machen und er hat es getan. Also es gibt, ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr den Kanal, YouTube-Kanal Cartoonist K-Fabe, das sind die Zeichner Ed Piscor und Jim Rugg, Ed Piscor hat diese Hip-Hop-Family-Tree-Comics gemacht und diese Retro-X-Men, deren Name mir jetzt gerade nicht einfällt, Jim Rugg, Street Angel hauptsächlich und noch ein paar andere Sachen und die machen seit zwei Jahren oder so einen YouTube-Kanal, wo sie über Comics sprechen, direkt Comics besprechen, ihre eigenen Sachen besprechen und die haben letztes Jahr sehr, sehr viele Interviews auch gemacht. Da gibt es ein langes Interview mit Mark Miller, das richtig gut ist, wo er auch sehr offen so über seine Arbeitsweise und alles spricht und halt auch darüber spricht, er möchte halt nur mit den besten Leuten arbeiten und dann bezahlt er die halt auch hervorragend und beteiligt die halt immer auch, also jeder Zeichner hat 50 Prozent an dem Comic und an allem, was aus dem Comic mal wird, also auch Verwertungen durch Film und Fernsehen sind die Zeichner immer zu 50 Prozent auch dran beteiligt. Also sie kriegen schon mal eine sehr hohe Page-Rate bezahlt und sind auch vielleicht zur Hälfte mit beteiligt. Also das ist sicherlich ein fairer Deal, den er sich halt leisten kann. Genauso wie Robert Kirkman, der auch irgendwie seine Zeichner mit Geld zuscheißt und die teilweise ein Jahr lang, anderthalb Jahre lang zeichnen lässt, bevor die Serie überhaupt angekündigt wird, also wo er nur massenkräftig Geld selber reinschüttet, weil die es halt haben. Ah ja, also ich finde den ganz interessanten Typen, Mark Miller und also dieses Cartoonist Kayfabe Interview, wenn man sich für den interessiert, kann ich da auf jeden Fall auch nur empfehlen. Es kam letztes Jahr irgendwann raus. Ich finde auch diese Bedeutung des Cliffhangers, dass es dadurch entstanden ist, das habe ich auch mal mitbekommen, dass da im wahrsten Sinne dann die Leute an der Klippe hingen und dann war es Schluss, deswegen kommt auch das Wort Cliffhanger daher. Und ohne das könnten ja einige Serien aktuell nicht bestehen, weil sie mit den Cliffhangers dann irgendwie schon das Interesse an der neuen Folge generieren oder auch das MCU generiert das dadurch, dass sie sich da immer ein Türchen offen halten oder was anteasern damit. Ja gut, das war ja schon fast immer so. Vor ein paar Jahren gab es mal so Gerüchte, ob es nicht vielleicht eine Starlight-Verfilmung geben würde, weil da wurde Mark Miller gesichtet irgendwo mit Sam Jones, dem Darsteller aus dem 80er-Jahre-Fleshgarden. Und da gab es dann Gerüchte, ob die nicht vielleicht eine Starlight-Verfilmung machen, eben mit dem Darsteller, der schon mal Flash Gordon gespielt hat und jetzt dann entsprechend ein paar Jahrzehnte auch gealtet ist. Der hätte natürlich perfekt dann da reingepasst. Das hätte auch einen perfekten Boost gegeben, weil er ja bei Ted 1 und 2 sehr prominent auf Flash Gordon anspielt. Die Fanbase wäre schon da. Breed Song? Ja, also wem dieses ganze Genre des alternden Helden gefällt, kann ich natürlich noch von Kirkman Brit empfehlen. Also Brit, der Brite. Das ist auch dasselbe Konzept des alternden Helden, allerdings sehr erdiger Superheld, der halt der alte, ja, hammerharte Held wird und dann nicht mehr so richtig mitmachen will. Das zweite gealterte Captain Britain denn? Nee, nicht ganz. Und, aber, also es ist schon ein ganzes Genre, ist es das, das alternde Heldending ist es schon ein ganzes Genre. Bei Filmen haben wir es ja auch wie bei Space Cowboys, bei Gran Torini hatten wir das ja auch schon, also das alternden Typen, der plötzlich dann mal wieder ran muss, ob er es möchte oder nicht. Das ist ja sehr... Der lieben diesen Filme. Logan. Gut, dass wir über die Dinger gesprochen haben, die man auf jeden Fall besprechen muss, wenn man Mark Miller ja thematisiert, also insbesondere das ganze Thema mit dem Netflix-Kram und so, das ist ja wirklich, also ich glaube, ich habe in den letzten Monaten nicht eine einzige Besprechung von Comics von ihm gehört und das ist jetzt seit mehreren Jahren eigentlich der Fall, in dem das nicht irgendwie Thema gewesen ist. Also, aber so richtig viel kommt tut er jetzt letztlich dann doch nicht, mehr so als Gerüchte und wir machen vielleicht irgendwas. Also Jupiter's Legacy ist in Produktion, das kommt auf jeden Fall. Und Kingsman läuft auch immer so ein bisschen, ne? Und Kingsman, na gut, da ist ja ein Film, also der Prequel-Film Kingsman sollte ja letztes Jahr rauskommen, also der Film existiert auch, der ist halt aufgrund der Pandemie verschoben, also, aber der kommt auch. Also das sind so die zwei Projekte, von denen ich weiß, dass die auf jeden Fall, aber wie gesagt, der Film ist fertig und die Serie ist in der Mache. Und wenn ich mich nicht täusche, lief auch einiges unter Miller World, auch diverse Fortsetzungen zu Hitman, nee, zu Hitgirl und Kickass in anderer Besetzung auch nicht mehr von Mark Miller selbst geführt, aber unter seinem Label eben. Da gab es so ein paar quasi Spin-Off-Serien auch, ja. Weil der Name gefallen ist, möchte ich noch einen Service-Hinweis geben, denn ihr habt von Möbius gesprochen und da habe ich, ganz ehrlich, da habe ich schon diverse Lücken, was die Werke von Möbius angeht und aus genau dem Grund möchte ich auf ein aktuelles Humble Bundle hinweisen, also digitale Comics, mit denen ihr auch in einem gewissen Rahmen immer einen guten Zweck unterstützen könnt und die haben gerade ein richtig dickes Paket an Möbius Comics, wo ihr, also mir sagt das alles nicht so viel, aber da ist unter anderem dabei The Inkal komplett, alle Volumes, The Metabaron, Space Bastards Issue 1, Metabaron 1 bis 6 und noch, also unzählige weitere Serien geht noch 16 Tage und also wirklich unsagbar krass viel digitales Zeug für nicht mal 21 Euro könnt ihr hier monatelang am Stück lesen, das ist so dermaßen geil, diese Bundles, deswegen möchte ich an der Stelle gerne mal drauf hinweisen, schaut es euch mal an. Dann musst du den Podcast aber möglichst schnell hochladen, sonst ist es nur noch zwei Tage gültig. Das schaffen wir, kein Problem, der Breedstorm schneidet das ja alles. Jo geil, das zu Möbius und vor allem auch zu Starlight, sehr schön. Jo, wie sieht es denn eigentlich bei dir aus Patrick, du hast glaube ich gerade so Mitteilungsbedürfnis, was hast du denn gelesen? Mitteilungsbedürfnis stimmt nicht, ich habe gerade nur ein bisschen geklugscheißert, ich habe von Daniel Sejesh, wie auch immer das ausgesprochen wird, ich weiß es jetzt noch nicht, Niemand außer dir, heißt auf Englisch Sex und Violence, es geht darum, dass die Schwester von einem Kriegsveteran, die bekommt einen Brief von ihrem in Krieg gefallenen Bruder, einen sehr kryptischen Brief, basiert quasi auf einem Gedicht oder so von Daniel Harms oder Harms, so ein russischer Schriftsteller, der hat erst später so seine Renaissance erlebt und sein Werk wäre fast untergegangen, hätte das einer seiner Nachbarn und Kumpels nicht verteidigt und quasi vor der Zerstörung bewahrt und mit diesen Autoren kann man eigentlich nicht viel anfangen, wenn man nicht weiß, wie seine Lebensumstände waren, dadurch wirkt der Comic schon mal direkt zugänglich, dass du mit den Worten von diesen Autoren einen Kriegscomic untermalst und im Verlauf des Comics bekommt sie Besuch vom Militär, die sagen, ein Körperteil von deinem Bruder fehlt, das wollen wir jetzt wieder haben, wirklich aus dem Leichensack von seinem Bruder fehlt anscheinend das Herz, dass sie sich wiederholen wollen und dementsprechend absurd oder strange ist es auch, es ist wie so ein Kriegscomic, der so von so einer linschesken Atmosphäre durchbrochen wird, es ist mal wieder schwarz-weiß und mit viel weiß quasi um die Lehre des Krieges zu symbolisieren, es ist erstaunlich viel weiß, da fühlt man sich als Sin City Fan fast schon beheimatet, aber die Worte sind dann teilweise im Vergleich zu den Bildern schon sehr abstrakt und man muss sich diese Story, die hier präsentiert wird, schon ein bisschen selber arbeiten, deswegen auch dieser Lynch-Vergleich, dass man da nicht unbedingt drauf kommt und die Bilder dann eher für sich sprechen, als die Worte, wie auch beim letzten Rotkäppchen. Bei Rotkäppchen wurde man aber mehr an der Hand genommen, weil man da die Handlung eben grob kannte und sich da irgendwie orientieren konnte. Um das mal zu demonstrieren, ich lese da mal kurz vor, du bemerkst, dass sich etwas hinter dem Fenster bewegt, wie der Schatten eines dreibeinigen Hundes, dann hörst du ein leises Knurren, gleich dem Knirschen eines gigantischen Fleischwolfs, immer lauter und lauter und dementsprechend lost kann man sich fühlen, wenn man sich da nicht so ein bisschen rein friemelt in die Story, aber alle die mit seinem Stil und diesen Schattierungen dieser besonderen Atmosphäre ihren Spaß haben, denen kann ich das schon empfehlen, aber alle, die jetzt das als Erstlingswerk von ihnen lesen würden, da würde ich sagen, lest eher ein zugänglicheres seiner Werke, hier ist es halt echt ein bisschen künstlerisch gehalten und deswegen nicht unbedingt für jeden zu empfehlen. Okay, also du sagst Kriegscomic, was für ein Krieg war das dann? Erster, Zweiter Weltkrieg, irgendwie wahrscheinlich Zweiter. Das war dann Zweiter Weltkrieg und es spielt auch in Russland, also sind da dann die Auswirkungen zu spüren. Weil was mir sofort auffällt, wenn ich hier auf der Seite vom PPM-Vertrieb meiner Leseprobe rumwühle, das sieht mir aus wie nachgezeichnete Fotos, als ob es hier Fotovorlagen gegeben hätte. einen ziemlichen Fotorealismus, der dann in was Abstraktes umgewandelt wurde durch das Schwarz-Weiße. Also hättest du mir das jetzt nicht gesagt, mit der Zeit, in der das spielt. Ich sehe auch ein Foto mit dem Wohnwagen und irgendwie das ist auch ein, ich weiß nicht, von wann das Auto ist, es könnte auch eine Neuzeit spielen, was ich so in der Leseprobe hier sehe. Ja, schwer zugänglich und düster ist es auch wieder so ein bisschen Gothic-mäßig? Ja, das ist halt durch das Schwarz-Weiß und durch die Schattierungen gegeben. Ich würde ihn mal gerne bei einem Marvel- oder DC-Comic sehen, der dann experimenteller ist, sowas wie Batman Black & White, wo er dann seinen Stil auch ausleben kann. Dieses Schwarz-Weiß scheint ja wirklich so sein Ding zu sein. Und mal sehen, wie er sich bei einem Mainstream-Comic austoben würde. Weil dieses Schattierungen und das mit den Farbsetzungen und den Weißlinien setzen, mit den weißen Seitensätzen, das schafft er ziemlich gut. Ja, Breed Song, ist es was, was dich anspricht? Nee, nicht auf den ersten Blick. Da müsste ich wirklich mal deutliche reinblättern, das wäre wirklich so ein Ding, wo ich mal einen Comic-Laden besuchen würde und wenn ich reinblättern würde, ja, aber so spontan nicht, muss ich ganz klar sagen. Und Andi, kannst du was mit russischer Literatur dieser Art anfangen? Nachdem der Autor hier kein Russe ist, weiß ich gar nicht, ob das dazugehört ist. Also ich hatte auch ein bisschen Schwierigkeiten mit der, wir haben ja diese Vorschau zugeschickt bekommen gehabt. Was meinst du? Achso, nee, das irritiert mich ja gerade, das ist kein Russe, du hast recht. Das ist ein kroatischer Autor. Du hast recht, ja. Wir hatten ja diese Vorschau zugeschickt bekommen und da hatte mich der Rotkäppchenband von ihm grafisch mehr angesprochen, als jetzt dieser Band. Also das bisschen, und das ist nur ein bisschen gewesen, aber das bisschen, das ich da gesehen habe, fand ich auch, dass, also so ein bisschen, was du gerade beschrieben hast, sieht nach überzeichneten Fotos aus, ja, kam bei mir nicht so richtig an, also da müsste mir jetzt schon jemand den in die Hand drücken und sagen, doch, der ist super, liest den mal. Also kaufen würde ich mir jetzt nicht von dem, was ich jetzt, das bisschen, was ich jetzt drüber weiß. Da bin ich wahrscheinlich nicht die direkte Zielgruppe. Rotkäppchen ist jetzt aber auch der zugänglichere Einstieg bei ihm. Deswegen sage ich alle, die diesen Stil mögen, guckt ihr erstmal Rotkäppchen und wenn euch dann der Stil zusagt, dann könnt ihr euch auch hier in dem verlieren. Und es ist mit 72 Seiten auch recht schnell gelesen. Cool, vielen Dank, Patrick. Ja, und danke auch an den Insektenhaus-Verlag an dieser Stelle nochmal, die uns das Rezensionsexemplar zugeschickt haben. Stimmt, das ist wichtig. Da sollten wir drauf hinweisen, wenn wir so Sachen kostenlos bekommen, das finde ich schon wichtig, dass wir darauf hinweisen. Dankeschön. Breedstorm, wie sieht es bei dir aus? Du hast gemeint, heute hast richtig viel gute Laune am Start, ne? Ja, tatsächlich, habe ich zwei Comics am Start, die zwei Sachen gemeinsam haben, alles, sie sind querformatig und beide handeln vom Tod von Elternteilen. Ich war jetzt bei dem Band Mutter hat Krebs, hat mich das jetzt nicht sehr überrascht, weil da steht das schon im Titel drin, bei La Casa von Paco Rucca hat es mich dann doch etwas überrascht und wer mich kennt, weiß, ich bin nicht so ein Freund von von irgendwelchen Triggerwarnungen, aber also es gibt ja Leute, die auf Twitter für alles, was sie posten, erstmal einen Betreff schreiben, so nach dem Motto, es könnte sich irgendwer durch irgendwas, was ich schreibe, verletzt fühlen, finde ich persönlich übertrieben, aber beim Thema Krebs und Tod kann ich das vollkommen akzeptieren, ja, weil das wirklich, ja, also selbst mich, der jetzt nicht irgendwie davon belastet ist, familiär schon irgendwie mitnimmt, ne, also falls jemand da Probleme mit hat mit dem Thema Krebs und Tod, dann sind das vielleicht nicht unbedingt Bände, die er gut finden kann. Ich starte mal mit Mutter Krebs von Brian Fies oder Fies, das ist ein Band, auf dem bin ich aufmerksam geworden, weil er 2005 den Eisner Award gewonnen hat und das prangt natürlich auch schön auf dem Cover und zwar hat er das gewonnen als bester Internetcomic, weil das war zunächst ein Comic, der rein auf so einem Blog von Brian Fies erschienen ist und er hat da immer mehr und mehr berichtet von seiner Erfahrung mit dem Krebs von seiner Mutter, von der Entstehungsgeschichte von dem Krebs, aber sehr, sehr viel auch von dem Umgang mit dem Krebs, der da passiert ist, also wie die Familie drauf reagiert hat, wie das Ganze im Krankenhaus vor sich ging, also es hat so einen leichten Sachbuchcharakter dadurch auch. Natürlich ist es auch sehr emotional, denn es beginnt damit, wie seine Mutter auf der Couch sitzt und plötzlich merkt, ja irgendwie mit der einen Seite von ihr stimmt irgendwas nicht. Dann denkt man ja erst, ja was kann das jetzt sein, ist das ein Infarkt, was ist das, aber es stellt sich raus, sie hat halt Krebs und muss auch ziemlich schnell dann ins Krankenhaus und die Ärzte geben ihr dann auch nicht mehr wirklich viel Zeit und dieser ganze Prozess wie reagiert die Familie da drauf, wie reagiert er als Sohn da drauf, wie reagieren die anderen Geschwister da drauf, da gibt es ja auch so ähnlich wie bei den Phasen der Trauer gibt es ja auch unterschiedliche Phasen, die man dann durchlebt, wenn es einen Angehörigen trifft und diese Phasen werden hier sehr gut sehr gut durchgesprochen in recht cartoonigen Schwarz-Weiß-Stil, aber es wird nie albern logischerweise, aber trotzdem versucht er den Humor, den seine Mutter dann mit der Krankheit an den Tag legt, auch mit einzubringen. Die Deutsche Krebshilfe hat das Ganze unterstützt und so ist das Ganze bei einem Verlag, der jetzt nicht so unbedingt für Comics bekannt ist, nämlich Knesebeck erschienen. Sehr schöne Hardcover-Band, Querformat. Die Krebshilfe hat dazu geschrieben, das Buch leistet einen Beitrag dazu, das Thema Krebs zu enttabuisieren. Es charakterisiert das Spannungsfeld um die Erkrankung sehr authentisch und realitätsnah und spricht gerade die junge Generation in einer von ihr geprägten Kommunikationsform an. Also es geht nicht nur so, dass sie es finanziell natürlich unterstützt haben, weil da hinten ihre Daten und so weiter drinstehen und unglaublich viele Hilfseinrichtungen sind noch abgedrückt, sondern sie benutzen das tatsächlich auch, um den Umgang mit der Krankheit zu erklären. So habe ich es nachgelesen. Und es gibt tatsächlich auch ein paar farbige Passagen hier drin. Das sind aber eher so Fantasie-Passagen, wo jemand nachdenkt und sich ein Szenario vorstellt, sonst ist wirklich alles komplett in Spatz weiß gehalten. Würde ich das empfehlen? Ich glaube ja. Also es ist ein Thema, ja, es ist halt kein Thema, wie jetzt den Band, den der Andi vorgestellt hat, Space Pulp, alter Mann rafft sich nochmal hoch, Spaß, jibbi, jajee, Schweinebacke mäßig, sondern es ist halt ein sehr sensibler Umgang mit einem Thema, was jeden auch mal betreffen kann und was aber in der Gesellschaft jetzt nicht zu den Lieblingsgeschichten gehört logischerweise, mit dem man sich beschäftigt halt, sondern Das Thema muss man auch in der richtigen Stimmung sein, das gebe ich zu, das kann auch ein ziemlicher Downer sein. Ja, also es ist letztendlich sehr gut umgesetzt, aber ich kann mir auch vorstellen, wenn man da vielleicht betroffen von ist, dass man da Dinge vielleicht nochmal durchleben kann. Handwerklich ist es super gemacht, da gibt es überhaupt nichts zu deuten, also den Eisen hat er sicherlich zurecht bekommen, aber man muss sich halt überlegen, ob man sich dieses Thema in der spärlichen Freizeit, die jeder zur Verfügung hat, geben möchte oder nicht geben möchte. Kurze Nachfrage, vielleicht hast du es gesagt und ich habe es verpasst, ist das episodenhaft erzählt oder ist das eine durchgängige Geschichte? Oder sind das Einzelepisoden? Das ist eine durchgängige Geschichte, aber es gibt gelegentlich kleine Rückblicke zu früher. Und ja, beim Keseberg Verlag sind inzwischen schon ein paar mehr Comics erschienen, also inzwischen würde ich die schon als, also die haben schon auch ein gewisses Portfolio an Comics inzwischen, aber das war wohl 2006, als es rauskam, scheinbar noch anders. Ja. Und jetzt möchte ich an der Stelle auch nicht die Gelegenheit missen, wenn ich schon mal auf der Internetseite bin und das sehe, der Übersetzer des Buchs war nämlich Wolfgang J. Fuchs, ein Größer der deutschen Comicszene, die leider im Januar 2020 gestorben ist und der das Ding übersetzt, ich weiß nicht genau woran, ist auch egal, aber den will ich zumindest der Vollständigkeit halber hier auch nochmal erwähnt haben, der hat also die Übersetzung dieses Buchs vorgenommen. Das ist auch eine Menge Zeug, ich gucke da ja mal drauf, aber 15 Euro und irgendwo hatte ich glaube ich 128 Seiten gelesen. Ja, das stimmt, es ist relativ, es sind vielleicht 15 Zentimeter würde ich sagen von der Höhe und 20 von der Breite oder etwas mehr und es sind eigentlich wie Strips auf jeder Seite, dass du immer so ein, vier oder fünf Panels auf einer Seite hast, so ist das Ganze angelegt, maximal. Manchmal gibt es auch Splash Pages oder ganz andere Konstruktionen, also ich möchte jetzt nicht zu viel verraten, aber die 15 Euro sind es auf jeden Fall wert, schon allein von der Aufmachung her mussten sie das nehmen und natürlich, wie bin ich jetzt auch wieder dran gekommen, Preis-Leistungs-Speedstorm hat es natürlich auch irgendwo für ein paar Euro geschossen, weil vielleicht ist das Comic auch nicht bekannt oder das ist jetzt nichts, was man sich jetzt lange und oft ins Regal stellen möchte, wenn man nicht mit dem Thema beschäftigt ist, das kann natürlich auch sein, aber das ist was, was man auf den gängigen Gebrauchtportalen sehr gut bekommen kann. Da sprichst du was an, ich habe nämlich was gekauft, was du in der letzten Episode vorgestellt hast und ich habe es gelesen, zumindest zur Hälfte, danach bin ich irgendwie, habe ich es abgebrochen, nämlich Scheitern als Erfolg, habe ich auch für ein Appel und ein Ei gekriegt, habe ich gekauft, habe ich mir gedacht, geil, Graphic Novel, stehst du drauf und ist irgendwie auch so Business-Kram, aber es ist schon sauanstrengend zu lesen, also ich habe da wirklich jetzt die Hälfte davon und ich habe gefühlt irgendwie auch alles schon, also, aber das weiß ich nicht, also ich könnte damit, damit könnte ich leider nichts anfangen, so viel Feedback wollte ich nochmal geben, das ist mir sehr schwer gefallen, also ich lese wahrscheinlich der Vollständigkeit halber noch zu Ende, aber so dieses ganze, oh, da ist nichts, was man nicht schon mal irgendwo anders gehört hat, wenn es um Insolvenzen von Firmen geht dabei und dann immer noch diese Auflockerung mit diesem Lehrmeister, der ihm irgendwie Karate, Business-Karate beibringt, das, dann war es teilweise auch zu textlastig, also ich bin da nicht so richtig eingekommen. Also wer günstig eine Ausgabe von Scheitern als Erfolg braucht, demnächst bei Andi Brill günstig zu beziehen. See you at Ebay. Davon kann man ausgehen. Ja, das übrigens auch zur Mutter, die Frage wollte ich noch stellen, das ist das Ganze ein bisschen cartoonig, hat es so gemeint, Breedstorm, und Cartoons, da habe ich ja vielleicht immer so ein bisschen die auch Anforderungen, Erwartungen, dass es, wie gesagt, du hast vom Humor auch gesprochen, dass es vielleicht lustiger ist und so, aber ist Cartoon hier vielleicht einfach auch ein gutes Mittel, um eben diese Schwere ein bisschen aufzubrechen? Funktioniert das oder ist es einfach schlichtweg der Stil und der Konnte nicht anders? Ich würde einfach sagen, das ist sein Zeichenstil und das ist auch so ein Stil, den man damals in Webcomics auch oft gesehen hat. Es gibt ja viele Webcomics, die, also man sieht ja nicht Trigan als Webcomic oder sowas, dass sich ja jemand ein episches Gemälde macht, sondern die Leute sind schon oft so ein bisschen auf Geschwindigkeit aus, was ja nicht schlimm ist. Also wenn ich gut Geschichten damit erzählen kann, auch mit etwas reduzierten Zeichnungen, warum denn nicht? Also gerade fürs Internet ist es vielleicht genau das Richtige. Aber ja, was war die Frage? Naja, ob das quasi was aufbricht, also wenn es Cartoon nicht präsentiert, dieses doch echt traurige, schwere Thema, das hätte ja genauso gut auch so eine Stilistik sein können, wie es Patrick gerade vorgestellt hat, bei niemand außer dir, schwarz-weiß, tief traurig, bisschen City-esk irgendwie und so, das hätte ja auch passen können, um dem Ganzen halt dann wie einem trockenen Rotwein vielleicht noch mehr schwere zu geben, aber so kann das Cartoonige vielleicht das Thema auch ein bisschen auflockern und hat das funktioniert? Also es macht diese Figuren auf jeden Fall alle sehr sympathisch, die da drin vorkommen und vielleicht bricht es das dann aber eher in eine andere Richtung, als die Mutter dann wirklich die Haare verliert durch die Chemo und so, das fällt dann schon stark aus. Das sieht man ja auch auf dem Cover, das ist ja so ein typisches Bild, was man von der Chemotherapie hat und mit Kanülen am Hals und im Schlafanzug und nahezu keine Haare mehr und trauriger Blick und am Anfang hat man sie als sehr lebensfreudige Frau kennengelernt und das bricht es dann tatsächlich eher in die andere Richtung, dass du aus diesem cartoonigen Stil, denn sie versucht am Anfang noch relativ witzig mit dem ganzen Thema umzugehen, dass das dann bricht, als die Chemo dann wirklich anschlägt, was ja eine sehr große Belastung für den Körper, aber auch für die Psyche natürlich ist. Und kann man da richtig so diese Phasen des Sterbens ablesen? Kann man die da miterleben, wenn die thematisiert? Die Phasen des Sterbens. Wie heißt das? Da gibt es diese fünf Phasen des Sterbens. Nee, das sind die Phasen der Trauer. Der Trauer, ja, letztlich. Nee, also die Phasen des Sterbens kannst du hier nicht ablesen, nein. Niemand hat ja auch gesagt, dass jemand stirbt in dem Band. Also das müsstest du schon selber rausfinden. Werden wir tun, wenn ihr da draußen das getan habt, dann hinterlasst uns doch gerne mal Feedback. Ihr wisst, dass wir überall erreichbar sind auf, keine Ahnung, Social-Media-Plattformen eurer Wahl. Schreibt uns mal. Wenn ihr gelesen habt, was wir hier vorstellen, würde uns sehr freuen, von euch zu hören. Dann bin ich dran. Ich stelle heute was vor. Das hat eine ganz besondere Aufmachung. Es ist nämlich eine Schriftrolle. Es, dieser Comic, trägt den Titel Schiffwreck, also Schiffswrack, von Paul Rietzel. Und das ganze Ding habe ich mir vor allem deswegen geholt, weil es halt eine Schriftrolle ist. Ich habe so ein bisschen Recherche gemacht zum Thema Webcomic und bin dann unter anderem auch über das Hochhaus von Katharina Grewe irgendwann auf den Verlag Roundnut Square gestoßen. Und das ist wohl eine kleine Berliner Verlagsschmiede und die machen diverse Dinge, nicht nur Comics, sondern eben auch Bücher und packen die in, ja, eben Schriftrollen. Kriegst das Ding geliefert, es ist einfach bunt und ist in dem Fall jetzt hier für diesen Comic einfach 15 Meter Papier in guter, dicker Papierqualität aufgerollt und dann am Ende noch umschlungen von einer dicken Pappe und das klackt auch so schön zusammen. Da sind Magneten eingearbeitet, sodass man das dann schon wie so eine Art Buchrücken, ein bisschen robuster und so in den Schrank stellen könnte. Habe ich einfach mal mitbestellt und aber auch hier, also das Ding kriegt ihr, weil es eben auch jedes Mal handgemacht ist und individuell produziert wird und so tendenziell nicht gebraucht und ist mit je nachdem was für eine Ausgabe ihr euch auswählt mit 35 bis 45 Euro echt auch so ein bisschen bonziger Comic-Spaß, den ich mir mal gegönnt habe. Denn, wie gesagt, es ist einfach mal ein Experiment, wollte ich unbedingt mal ausprobieren und kann auch so viel schon sagen, jetzt der Comic selber, der ist cool, der ist nett, der ist stylisch, den hast du aber auch, wenn du weißt, wie du so eine Comicrolle, also eine Schriftrolle überhaupt liest, ratzfatz durch. Die Handlung möchte ich hier gerne mal, auch weil es mit der Zusammenfassung von meiner Seite aus relativ schwer fallen würde, kurz von der Seite des Verlags ablesen, denn hier steht, nachdem ein Krieg die Galaxie nahezu komplett zerstört hat, leben die verbliebenen Clans in Trümmern. Im Kampf um die knappen Ressourcen versucht der Samurai Oishi, sich und den Sein ein würdiges Überleben zu sichern, bis er zwischen die Mühlsteine der Macht gerät. Ja, und so sieht es auch aus. Zu Beginn wird das ganze Setting erst mal gestellt. Wir haben also, wenn man so will, die Reste der Menschheit, die übers All verteilt sind und da auf Planeten gelebt haben, an der Spitze des, der Menschheit quasi steht so eine Art Gott, der wird nur genannt und ist immer so eine Art ominöse Präsenz im Hintergrund, der wird aber auch, der spielt hier keine Rolle letztlich. Dann gibt es das Ganze noch mal in einer weltlichen Fassung, also eine Art König und auch dieser König hat dann auf jedem einzelnen Planeten wie so Abgesandte und so lokale Könige. Nun gut, dann kommt es zum Krieg, alle bekämpfen sich und irgendwie gibt es dann noch ein riesengroßes Trümmerfeld, also ein riesengroßes Trümmerfeld im Weltall und da sind halt dann so die letzten Überlebenden der Menschheit, die versuchen ja einfach zu überleben und das tun sie, indem sie halt diese Fracks auseinandernehmen und so ein bisschen halt so, ne, so vor sich hin leben. Also schon irgendwie auch Endzeit, wenn es nicht so sehr minimalistisch wäre, also eigentlich, das müsste jetzt, es könnte genauso gut auch irgendwie auf der Erde spielen, es wäre letztlich, es ist relativ egal, ob man das jetzt in den Weltraum packt oder nicht und auch das Auseinandernehmen der Schiffe und auch titelgebende Schiffswrack ist jetzt hier auch, ja, mehr so zweitrangig, würde ich behaupten. Die Geschichte selber ist eigentlich auch damit schon zusammengefasst, wenn man nicht so viel spoilern möchte. Es gibt einen Antagonisten, der als eine Art böser General ist, der ist nicht vertrauenswürdig, der fällt unserem Protagonisten in den Rücken, der wiederum meint es nur irgendwie gut, wir lernen ihn aber auch nicht so richtig kennen, weil auf den 15 Metern Comic letztlich nicht so viel passiert, dass wir hier jetzt in irgendeiner Form eine emotionale Bindung aufbauen könnten und ich muss auch sagen, der Einstieg ist relativ schwierig, weil irgendwie von den 15 Metern geschätzte 3, 4, 5, sagen wir mal 5 Meter so wie so Setting präsentieren sind. Also diese ganze Geschichte mit dem Gott und den Planeten und dem Krieg und bla, das war schon sehr lang gezogen und ist irgendwie auch jetzt für die eigentliche Handlung nicht so weiter relevant. Insofern ist die Handlung jetzt in dem Sinne nichts, was ich unbedingt empfehlen müsste. Optisch ist das Ganze sehr interessant. Es sind Wasserfarben, die uns hier in der kolorierten Fassung gibt es auch in der Schwarz-Weiß-Ausgabe präsentiert werden. Das ist schon irgendwie auch alles ganz cool, viel Blau, also halt ein bisschen, das ist eine interessante reduzierte Farbpalette, da ist jetzt, das ist jetzt, ich weiß nicht, wie ich das weiter nennen soll, die auch Schwarzflächen scheinen wasserfarben zu sein und ist natürlich Weltraum und hat so ein bisschen eine Mischung wie so Samurai-Star Wars und so, das ist schon alles ganz cool. Aber das wirklich interessante und faszinierende ist ja hier in dem Fall wirklich die Präsentation als Schriftrolle, die vielleicht auch nicht jedem gefällt und natürlich dann auch der mit jetzt aufgrund der geringen Stückzahl der mit verbundene Preis. Das ganze Ding ist sicherlich ein cooles Geschenk, und man kann sich auch schön in den Schrank stellen und so, aber ich habe ja unter anderem auch noch das Hochhaus von Katharina Grewe in der Form gelesen, ist ein bisschen kürzer und das hat mich, hat mir besser gefallen. Hier ist auch die Frage der Leserichtung, dann eben in dem Fall auch eine andere, während wir beim Hochhaus, das ja eigentlich ein Webcomic ist, der aber auch in gedruckter Buchform existiert und aber eben auch als Schriftrolle, den lesen wir quasi von unten nach oben, wir sind quasi, wir laufen, wenn man so will, ein Hochhaus hoch und beginnen im Keller über das Erdgeschoss bis hin zu, ich glaube, 100. Etage und erleben dann, was diese Menschen da vor Ort in diesem Hochhaus so für Dinge machen, das sind alles wie so kleine Strips, das ganze ist als Webcomic erschienen und total kurzlebig und toll und teilweise sind diese Etagen und die Menschen, die darin wohnen, auch miteinander verbunden, teilweise sehr amüsant. Hier lesen wir aber eben nicht von unten nach oben, sondern wir lesen hier von links nach rechts, was sehr viel angenehmer ist auch zum Lesen, weil man letztlich zwei Rollen in der Hand hat und das geht schon, also man gewöhnt sich ganz gut daran, wie man das so schiebt und so. Manchmal liest man deutlich schneller, als man schieben kann, das ist schon so, also wenn jetzt hier wirklich viel Text drauf wäre, hätte man mehr als genug Zeit, das ganze Ding zu lesen und ja, insofern ist das halt, weiß nicht, wie empfiehlt man sowas, das würde ich jedem empfehlen, der mal Lust auf ein Experiment hat und definitiv mit 35 bis 45 Euro je nach Ausgabe auch ein bisschen viel Cola übrig hat, muss man auch echt mal sagen, gibt hier verschiedene Vergleiche zu 47 Ronin, das ist ja glaube ich auch auf jeden Fall auch ein Film gewesen und so, also das, ja, ist eine coole Sache, aber nicht jedermanns Geschmack und ganz ehrlich, also wenn das jetzt hier auch als gedruckte Fassung irgendwie in einem Heftchen erschienen wäre oder so, dann wäre das die bessere Wahl, muss man schon noch sagen, es ist ein Experiment, wer Bock hat, gönnt sich's. Das Hochhaus gibt's ja auch tatsächlich als gebundene Ausgabe, dann würdest du wahrscheinlich hier eher die empfehlen. ja, im Gegensatz zum Hochhaus, denn da glaube ich, dass das im Internet am allerbesten funktioniert, dann in der Schriftrolle und dann in gedruckter Form, weil gedruckt, so mit Seiten auf Blättern, kann ich mir das Konzept gar nicht vorstellen. Das hier hingegen, gut, da wäre die Frage, wo machst du den Schnitt, wo setzt du das Panel an oder so, da müsstest du schlecht überlegen, denn so richtige Panels, ja klar, es gibt hier auch Panels, man kennt ja beispielsweise auch die Wormworld-Saga von Daniel Lieske, da bin ich auch gerade im 8. von 10 Kapiteln, auch da gibt's ja eine gedruckte Fassung und so, das ist ganz interessant, so wie Konzepte ausgelegt sind von Comics, wie man sie umsetzt und dazu wird's demnächst auch ein größeres Special bei einem anderen Podcast geben, den ich noch hab und ja, wie gesagt, bei Shipwreck ist nicht die Präsentation das Problem, nicht das Artwork das Problem und auch nicht die Verarbeitung der Rolle oder auch nicht unbedingt der Preis, sondern eigentlich nur die sehr, sehr dünne Story. Das wäre jetzt, wenn überhaupt, sowas wie der erste Band von was, was sechs Bände haben sollte und das ist aber auch fertig erzählt am Ende. Ich werde jetzt nicht das Ende verraten, aber es ist auch ein bisschen ein bisschen kryptisch, ein bisschen, naja, pseudophilosophisch, um halt eben keine definitive Antworten geben zu müssen, das haben wir in Science-Fiction-Filmen ja häufiger mal. Ich bin auch irgendwo zu mal bei Paul Rietzel vorbeigekommen und immer hab dann mal geschaut, was es von dem so gibt, was ich vielleicht lesen könnte und das Einzige, was ich dann immer finde, sind diese Rollen, die mir dann auch immer zu teuer sind. Also ich, ja, die sind glaube ich tatsächlich so als Kunstobjekt interessant. Ich habe jetzt selber so noch keine gelesen, deswegen über den Lesekomfort kann ich da jetzt nichts sagen, aber da muss man schon wirklich viel Liebe zum Objekt mitbringen. Also das ist ja auch zu würdigen, so dass das Handgemachte und Individuelle und so, also der Preis ist da sicherlich nicht zu hoch angesetzt für das, was der Aufwand ist. Handarbeit, genau, ja. Genau, aber das ist halt das, was man, was man daran dann würdigen muss und was einen daran dann auch interessieren muss. Also das, da kauft man dann nicht nur die Story, sondern da kauft man dann eben auch so die Handarbeit und das etwas, ja, kuriose Objekt mit und bezahlt das halt auch mit. Das ist nicht respektierlich gemeint, aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das vielleicht sogar als eine Art Tapete funktionieren könnte. So was in einem Wohnzimmer, wo du langläufst, an einem Esstisch oder so, bei einer Party oder in einem Flur von einem Bürogebäude oder so, vielleicht dann auch größer, also mindestens zwar doppelt zu groß, aber das könnte funktionieren. Da hab ich ja vorhin auch schon drüber nachgedacht, ob der Verlagsname nicht eigentlich so ein bisschen Mogelpappung ist, weil wenn ich das Ding auseinandernehme, ist es doch wieder Square. Ja, wohl wahr. Ja, und wenn man bedenkt, dass der Comic vielleicht von der Höhlenmeilerei abstammt, ist der Gedanke jetzt auch gar nicht mal so abwegig. Ja, oder Teppich von Bonne Lue, also das ist ja so Wandgemälde oder Wandteppiche, die auch Geschichten in Sequenz erzählen. Ich glaub, da sind so die Vergleiche zu ziehen noch. Wie ist denn die Haltbarkeit nach dem erstmaligen Lesen? Also stell mir das, du rollst es so hin und her, hat sich das so gehalten oder ist es schon zerknautscht oder sind fleckend, also wie darf ich mir das jetzt vorstellen? Es ist was, was man nicht so oft liest oder andersrum, man kann das schon oft lesen, aber dann hat es einfach Gebrauchsspuren. Es gibt von außen ja diese etwas dickere Pappe, die einmal drumherum ist mit den Magneten. Die schützt es schon grob, aber wenn ich es jetzt so zu hab und lass es locker in der Hand, dann rutscht mir schon das Papier nach unten raus. Und dann hast du natürlich auch, wenn du das dann so, wenn du sitzt und hast das Ding vor dir, dann ist diese dünne Seite Papier halt auf deinem Bauch und dann gibt es da mal so eine Art Knick oder so und wenn du da nicht aufpasst und obwohl das dickes Papier ist, nimmt es das Ganze schon, also es gibt Spuren. Das Ding sieht nicht mehr aus wie neu, nachdem man es einmal gelesen hat. Das kann ich schon so sagen, ja. Aber es ist halt dickes Papier jetzt relativ reißfest und wenn man vielleicht zum Beispiel Leute, die so keine Ahnung an Tischen lesen und Bücher vor sich auf Tische legen und so, da könnte man den auch genießen. Das zu Shipwreck. Andi, du hast den Paul Rietzel jetzt angesprochen. Wie bist du auf den gestoßen? Ich kannte den gar nicht. Ich glaube, das erste Mal bewusst auf ihn gestoßen, bin ich in einem, ja, in so einem Scene, also hier in Nürnberg hat vor ein paar Jahren ein Zeichner, eine Zeichnerwoche, Workshop, Meeting, was auch immer stattgefunden. Da war Jeff G und Benedikt Beck beteiligt und Lena Dirscherl habe ich da das erste Mal drin gesehen. Die ist auf Instagram als Bopo Lena bekannt und da ist auch Paul Rietzel mit drin gewesen. Da haben sie so einen Tacker, selbst kopiertes Tackerheft halt dann rausgebracht mit den ganzen Ergebnissen, die sich, ich glaube, die haben eine Woche lang haben die halt sich da irgendwie getroffen und in Nürnberg gezeichnet und Geschichten entwickelt und so und da gibt es so ein Tackerheft davon, das auch hier in Ultracomics dann verkauft haben. Da habe ich mir das geholt und da ist er mir aufgefallen und seitdem folge ich ihm auch auf Instagram und da finde ich seine Sachen immer sehr toll. Also ich mag da diesen, den Zeichenstil von ihm sehr, sehr gerne. Ich habe jetzt noch keine richtige längere Geschichte von ihm gelesen, weil ich, wie gesagt, an keine rangekommen bin und immer nur diese Rollen eben auch finde, aber zeichnerisch finde ich den ganz toll. Ja, guckt mal ein bisschen im Netz, ihr findet da auf jeden Fall auch Leseproben und einzelne Artworks, die ihr euch mal anschauen könnt, wenn euch das gefällt und es ist schön, das will ich hier ganz definitiv nochmal gesagt haben. Es ist ein sehr interessanter, ein schöner Stil. Dann könnte das was für euch sein. Prima. Andi, ich glaube, dann bist du wieder dran mit deiner Comicvorstellung. So schaut's aus. Ich habe einen, ich denke mittlerweile, Klassiker mit dabei. Also viele Hörer werden jetzt wahrscheinlich denken, ja super, kenne ich schon ganz lange, nichts Neues, aber für irgendwen ist es bestimmt neu und ich habe es jetzt eben zum ersten Mal gelesen. Die Reihe Sweet Tooth gezeichnet und geschrieben von Jeff Lemire, Farben von Jose Villarubia und Jeff Lemire. Das Lettering ist von Pat Brousseau und am Ende auch nochmal von Carlos Mangual. und im Laufe der Reihe wurden so einzelne Episoden oder einzelne Hefte noch gezeichnet von Nate Powell, von Emmy Lennox und von Matt Kind. Also auch drei Zeichner, Zeichnerinnen, die, die man kennen kann, wenn man so amerikanische Indie-Comics liest. Es war eine Serie bei DC Vertigo, die lief von 2009 bis 2013, sind 40 Hefte insgesamt davon erschienen und deutsche Ausgabe hier auch wieder bei Panini. Ist auch mal wieder so ein Comic, den ihr seit ewig Jahren schon immer wieder empfohlen wurde, den ich natürlich auch mitbekomme, als er damals rauskam. Jeff Lemire war mir ein Begriff und so und ich habe das auch immer gesehen. Ich habe ja erst dann jetzt vor ein paar Jahren erst angefangen, auch wirklich selbst endlich mal Sachen von Jeff Lemire zu lesen und da war es dann auch immer so das Ziel, irgendwann muss auch Sweet Tooth dann endlich mal sein. Und dann habe ich mir letztes Jahr die drei dicken Bände geholt. Also es gibt mittlerweile, wie sie es bei Vertigo ja gerne gemacht haben, etwas dickere Bände mit mehr als so einem normalen Trade Paperback drin ist und diese 40 Hefte gibt es also in drei Bänden und habe mir das jetzt neulich dann mal vorgenommen und habe die recht nah hintereinander weg dann durchgelesen, relativ kompakt und stelle auch hier mal wieder fest, ich mag Jeff Lemire. Es geht um einen Jungen namens Gus, der ein Hybrid ist, also ein zwischen Mensch und Tier. Er hat so Ohren und Geweih wie ein Reh oder wie ein Hirsch und das Ganze spielt in einer postapokalyptischen Welt. Es ist erst mal nicht näher beschrieben, was diese Postapokalypse verursacht hat. Das heißt, der Comic steigt direkt ein in einer Welt, in der es diese Hybridwesen gibt aus Mensch und Tier und Tier kann unterschiedliche Tiere sein. Es gibt da Mensch-Schwein-Hybriden, Mensch-Hund-Hybriden, Mensch-Vogel-Hybriden, alles ist da quasi möglich. Wir erfahren, es hat irgendwie eine Art Pandemie, irgendwie einen Virus gegeben, der dazu führt, dass Menschen irgendwann krank werden und sterben und zur gleichen Zeit sind eben auch diese Hybridwesen geboren worden. also Menschen wurden schwanger und haben Hybridwesen geboren und diese Hybride werden aber nicht von diesem Virus betroffen. Der Comic setzt ein etwa zehn Jahre, nachdem diese Pandemie ausgebrochen ist, das heißt, zu dem Zeitpunkt dieser Geschichte gibt es auch nur Kinderhybriden, es gibt keine Erwachsenen, die diese Hybriderscheinung haben. Dieser junge Gus, der so die Hauptfigur des Comics ist, wächst auf mit nur seinem Vater in einer Hütte, sehr, sehr abgeschottet. Der Vater erzieht ihn, zieht ihn auf, zieht ihn sehr religiös auf und Gus weiß nicht, was sich so richtig außerhalb dieser Hütte und dem bisschen Wald außenrum befindet. Irgendwann stirbt der Vater aber auch und Gus geht raus in die Welt, wird angegriffen und wird gerettet von einem wieder etwas älteren Herrn namens Jeppard, mit dem er sich dann zusammentut und Jeppard verspricht ihm, er bringt ihn zu einem Reservat, wo Hybridwesen in Frieden leben und das Ganze läuft dann aber anders. Jeppard hintergeht ihn, bringt ihn zu einer Art, wie eine militärisch wissenschaftliche Festung, wo Jeppards Frau gestorben ist und das stellt sich dann raus, das ist jetzt so ein bisschen Spoiler für den Anfang der Geschichte. Jeppard war dort auch gefangen mit seiner Frau, die Frau starb dort und man hat zu ihm gesagt, also er kriegt die Überreste seiner Frau, wenn er so ein Hybridkind hierher bringt. Das tut er daneben auch, Gus wird dort eingesperrt, stellt sich raus in dieser Institution, wird also geforscht, Menschen haben sich zusammengetan und wollen herausfinden, was es mit dieser Pandemie auf sich hat, was es mit diesen Hybridwesen auf sich hat und wie man das nutzen kann, dass man dieser Pandemie Herr wird, dass Forschung an diesen Hybridwesen also zu einem Mittel führen soll, um diese Pandemie auch zu besiegen. Jeppard aus Gründen überlegt sich das dann nochmal anders und kehrt zurück und rettet Gas und beide treten eine längere Reise an, mit vielen Abenteuern treffen noch andere Menschen, treffen andere Hybridwesen und im Endeffekt geht es darum, herauszufinden, wo kommt Gas her, was ist der Ursprung dieser Pandemie, was ist der Hintergrund für diese Hybridwesen, das Ganze eben in diesem postapokalyptischen Setting, so eine Heldenreise, im Endeffekt wird das Ziel dann Alaska sein, wo man hin möchte und immer wieder mit einzelnen Stationen dazwischen mit Menschen, die man trifft, die einem wohlgesonnen sind oder auch eben nicht wohlgesonnen sind und wie diese Situationen dann gemeistert werden. Es ist also, wie das bei den meisten Vertigo-Serien so war, oder zumindest bei den großen Vertigo-Serien so war, eine lange durchgehende Geschichte vom Anfang bis zum Ende über 40 Hefte hier erzählt, auch wenn Jeff Lemire zu Beginn noch nicht zwingend wusste, dass es 40 Hefte werden würden, ganz klar, auch so eine Serie muss sich erst mal mit Verkäufen beweisen, bevor sie länger werden darf und deswegen hat er ja zwar schon immer ein Ende, beziehungsweise das Ende auch im Kopf, aber wie lang es bis zu diesem Ende dauern würde, war nicht von vornherein geplant. Wie gesagt, es wurden dann 40 Hefte. Mir hat es richtig gut gefallen, ich mag mal wieder den Zeichenstil sehr gerne, also Jeff Lemire hat das hier auch selber gezeichnet und bei den Farben mit José Villarubia zusammengearbeitet, ich mag Jeff Lemires Zeichenstil, er ist ja auch so ein eher independent cartooniger Zeichner, finde ich hier wiederum sehr gelungen. Zwischendurch die einzelnen Episoden, die von Nate Powell, Amy Lennox und Matt Kind gezeichnet wurden, sind natürlich dann entsprechend in deren Stil, gerade Matt Kind hat drei Hefte gezeichnet, die ein längerer Rückblick sind, weiter zurück in die Vergangenheit, die also auch nichts mit den Figuren erstmal zu tun haben, die wir in der Hauptgeschichte haben, von daher ist es da auch durchaus passend, einen anderen Zeichenstil zu haben. Wer mich immer am allermeisten begeistert hat von den Gastzeichner, Zeichnerinnen war Nate Powell. Ich führe das jetzt nicht zu weit aus, Nate Powell, über den kann man natürlich auch noch ganz viel sagen, über die Bücher, die er bis er gemacht hat. Es gibt auch hier demnächst eine Netflix-Serie, auch da für Hulu sollte was produziert werden, dann hat es Netflix übernommen, also auch das wird irgendwann kommen und ich weiß, dass Jeff Lemire jetzt zuletzt auch eine Fortsetzung gemacht hat, es sind neue Sweet Tooth Comics rausgekommen, ich glaube, weiß nicht, so sechs Stück oder irgendwie so, so ein Trade Paperback ist der jetzt irgendwie raus. Mich hat es, also beschrieben wird es immer so als Mischung aus Mad Max und weiß ich gar nicht mehr genau und Jeff Lemire hat auch unter anderem Mad Max als Inspiration genannt für die Geschichte, eben so dieses postapokalyptische Abenteuer-Überlebens-Ding. Mich hat es jetzt auch sehr erinnert an Planet der Affen, sowohl die alten Filme als auch die neuen, wobei die neuen oder zumindest jetzt die letzten neuen Filme ja später entstanden sind als der als der Comic Sweet Tooth, aber gerade so der letzte, der War for the Planet of the Apes, da habe ich durchaus Parallelen gesehen zwischen Sweet Tooth und dem, wo ich mich gefragt habe, ob da vielleicht auch jemand sich bei Sweet Tooth irgendwie mit hat inspirieren lassen, ohne dass es jetzt irgendwelche Plagiatsvorwürfe sein sollen, aber ich könnte durchaus nachvollziehen, wenn jemand sich auch Sweet Tooth mit als Lektüre genommen hat bei der Produktion vom letzten Planet der Affen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, tolle Sache, schöne postapokalyptische Abenteuergeschichte mit Herz und Verstand und von mir eine dringende Empfehlung wie eigentlich von jedem, den ich bisher gesprochen habe, der die Reihe gelesen hat. Deswegen Frage in die Runde. Ich glaube, Patrick, du hast zumindest reagiert auf den Namen. Hast du die Serie auch gelesen? Die Serie war tatsächlich so mein Einstieg bei Jeff Lemire und danach bin ich erst mal dran geblieben. Aktuell wird mir sogar der Vergleich einfallen, The Mandalorian trifft Mad Max, weil da ist ja auch dieses Lone Wolf and Cup Thema, dass sich da ein älterer grumpigerer Herr einem Kind annimmt, das auch erst mal abgibt und dann merkt, scheiße, irgendwie kommen da doch irgendwie Vatergefühle hoch. Wie in der katholischen Kirche. Danke. Sehr geil. Nee, nicht geil. Passt. Ich fand diesen emotionalen Kern auch gut getroffen, wie Sweet Tooth dann härter werden muss und der ältere Herr, ich hab jetzt den Namen vergessen, muss so ein bisschen wieder die Menschlichkeit in sich finden. Das haben die super getroffen und wie so viele Vertigo-Serien ist das einfach nur wirklich gut getimt und macht Spaß, liest sich ziemlich schnell. Also die Vertigo-Dinger sind meistens richtige Page-Turner, wo du gar nicht mehr aufhören kannst zu lesen. War da auch richtig, richtig angetan und bin jetzt mal gespannt auf die Serie. Ja, die ist irgendwie im Gespräch, dass da noch irgendwas kommen soll. Ich weiß nicht, soll es eine Animationsserie werden? oder? Ne, es ist eine Realserie, es ist gemacht von Jim Mickle, der eigentlich ein guter Typ ist, der hat zum Beispiel den Film Cold in July gemacht, von dem ich Fan bin. Also Jim Mickle finde ich einen interessanten Filmemacher, der hat einige spannende Sachen gemacht. Das ist das, was mir ein bisschen Hoffnung gibt für die Serie, dass ich weiß, hinter der Kamera sind Menschen, die ich vorher auch schon spannend fand. Das ist natürlich keine Garantie dafür, wie die Serie jetzt dann wirklich wird, aber ja, ich glaube, ich habe noch keine direkte Ankündigung gesehen, wann sie ausgestrahlt werden soll, aber meines Wissens ist sie vielleicht zumindest schon abgedreht. Also sie war auf jeden Fall schon in Produktion. Also das ist jetzt auch gesichert, dass das kommt. Ich fand auch in der Reihe dieses Worldbuilding genau passend, also man sieht es meistens aus der Sicht von Sweet Tooth und man entdeckt zusammen mit ihm diese Welt und es fühlt sich organisch an. Also es war bei mir tatsächlich auch der Einstieg bei Jeff Lemire, wobei ich lange gezaudert habe, also nicht so lange bis die deutsche Ausgabe kam, ich habe noch die US-Trades, aber mich hat das Cover sehr abgeschreckt. Also das war so ein Zeichenstil von ihm, der mir nicht auf den ersten Blick gefallen hat, wie Sweet Tooth da steht und guckt so ein bisschen dümmlich mit seinen Geweihen in die Kamera mit dem Karohemd und so, das hat mich eher so ein bisschen abgeschreckt lange Zeit. Also ich brauchte viel, viel positive Kritiken zu der Serie, bevor ich mich dann zum ersten Trade entschlossen hatte. Und mittlerweile ist es ja auch so, dass er mehr als Autor tätig ist und weniger zeichnet. Das fällt halt schon auf, aber dass er manchmal Zeichner hat, die so einen ähnlichen Stil fahren wie er selber. Also das ist ganz grotesk. Das täuscht bei ihm mit dem mehr Autor als Zeichner. Ja, natürlich fällt das auf, weil man als Autor mehrere Serien rausbringen kann. Deswegen taucht sein Name öfter als Autor auf. Tatsächlich ist es aber so, dass er vier oder fünf Tage die Woche zeichnet und dann am Wochenende irgendwie mal noch zwei, drei Skripts schreibt. Also der hat ja immer ein Projekt, das er für sich macht, das er alleine macht, entweder sei es eine Serie oder eine Graphic Novel, ein abgeschlossener Band. Also der ist immer auch am Zeichnen, da kommen regelmäßig Bücher von ihm raus, aber klar, nebenbei laufen dann eben noch Serien, die er nur als Autor verantwortet mit anderen Zeichnern. Zum Beispiel sowas wie Swamphing. Ja, ist ja schon eine Weile her, aber genau Gideon Falls war jetzt halt eine der letzten Serien, die es aktuell noch läuft und natürlich das ganze Blackhammer-Universum und so und ja, also da kommt ja ständig was raus, aber es kommen auch ständig, teilweise aber halt auch bei unterschiedlichen Verlagen, also gerade so diese, wenn er so ja Graphic Novels, sagen wir, nehmen wir halt mal den Begriff rausbringt, also abgeschlossene in einem Band Geschichten, dann erscheinen die auch gerne halt mal mehr so bei literarischen Verlagen in Nordamerika, also das kriegt man dann vielleicht nicht auch immer zwingend mit, wenn es halt eben nicht bei einem der klassischen Comic-Verlage erscheint, aber wenn man Jeff Lemire selbst so ein bisschen im Auge behält, da kommt auch immer wieder Comics von ihm raus, die er selbst gezeichnet hat. Er ist sicherlich eins von den größten Talenten für mich in den letzten Jahren und zwar ein riesiges Highlight, wo wir ihn erlebt haben beim letzten Salon in Erlangen, also das war richtig gut. Ja, absolut. Du die Zeichnung abgestaubt hast und das regelmäßig auch den Steffen unter die Nase reibst. Das ist falsch, der Steffen hat das abgestaubt und ich reibe ihm das regelmäßig unter die Nase. Da hat er Jeff Lemire, glaube ich, einen Batman hat er gezeichnet und der Steffen hat ihn bekommen. Unglaublich, oder? Auf Tapeten Größe. Ich habe Sweet Tooth damals auch komplett gelesen, kann mich aber tatsächlich eher noch an die finale Ausgabe erinnern und wenigstens an den Beginn und Verlauf der Serie. Gab es eigentlich, ohne dass das jetzt im Detail beantwortet werden muss, mal eine Erklärung für die Pandemie in der Serie. Wird erzählt, warum diese Mischwesen existieren? Es gibt so einen mythologischen Hintergrund. Das sind diese drei Hefte, die Matt Kind gezeichnet hat, wo ich gesagt habe, wo es diesen Rückblick gibt auf so eine Expedition aus England nach Alaska, wo es mit den Alaska- Ureinwohnern eine Zusammenkunft gibt und so eine mythologische Erklärung, die sich dann im Finale der Hauptserie auch wieder zurückfindet. Also wenn Gus und Jeppard und diese Gemeinschaft dann nach Alaska kommen, schließt sich der Kreis zu diesem Rückblick auch. Ich bin mir jetzt auch nicht so hundert Prozent sicher, ob es so eine ganz exakte Erklärung dafür gibt, jetzt auch für die Pandemie und so, aber es gibt schon eine mythologische Erklärung zumindest. Ja, aber ich merke schon, wir würden hier allesamt mal wieder eine uneingeschränkte Empfehlung für Sweet Truth abgeben. Tolle Reihe. Toll Vertigo, toll, alles toll, alles toll. Fast alles. Aber ein guter Einstieg tatsächlich beim Lesen von Jeff Lemire, neben den ersten Blackhammer-Ausgaben. Und neben der Essex-County-Trilogie, die toll ist, und neben The Nobody, was auch ganz gut war und so, der hat schon tolle Sachen gemacht. Ja, Patrick, du bist wieder dran, auf geht's. Okay, jetzt kommen wir zu den Monster-Klopper oder Monster-Kloppern, der Manga-Adaption von HP Lovecrafts Berge des Wahnsinns. Es ist von Gutanabe adaptiert worden. Der hat jetzt nicht zum ersten Mal was von Lovecraft adaptiert, sondern er hat sich das quasi zur Aufgabe gemacht, so ziemlich alles, was Lovecraft geschrieben hat, als Manga zu adaptieren. Und das macht er ziemlich gut. Er macht das in so einem Stil, kann man vergleichen mit Der Leuchtturm von Robert Eggers, diesen Schwarz-Weiß-Film mit Robert Pattinson und Willem Dafoe. Das sind Menschen, die verlieren sich teilweise in ihren eigenen Depressionen, in der Dunkelheit und kriegen dann noch den richtigen Schubs in die Richtung durch kosmische Mächte oft, wo es bei Lovecraft selber sprachlich teilweise ein bisschen unausgegoren war, wenn er Monster nicht direkt beschreiben konnte, schreibt er, es war unbeschreiblich oder es war die unbeschreibbare Farbe, was dann auf einmal durch den Film zu Magenta-Rot wurde. Ich habe ihn übrigens auch noch gesehen nach deiner Empfehlung. Ah, und was sagst du? Halt irre, ich habe mit einem Kumpel den zusammen geguckt, war ein schöner Bierabend. Ja, dafür taugt er gut. Und diese Adaptionen, die schaffen es, die Sachen, die Lovecraft sprachlich nicht so ganz hinbekommen hat, auszubügeln, wenn es unbeschreiblich ist, dann hüllt er diese Gestalten ein in schattige Umgebungen und so, dass die nur noch schemenhaft wahrnehmbar sind und die Charaktere sind durch das Schwarz-Weiß auch in der Dunkelheit. Deswegen, ich hoffe irgendwann, dass dazu auch eine Anime-Serie geben wird, sobald da genug oder das Lebenswerk von Lovecraft quasi adaptiert wurde, es würde sich anbieten. Hier in dieser Story geht es darum, um eine Polarexpedition in den Norden der Antarktis. Da ist man auf so bestimmte Fossilien gestoßen, die nicht von dieser Welt sind und man fängt an zu forschen und stößt nach und nach auf Höhlen und in Katakomben, die eine andere Kultur erahnen lassen. Schnell finden sie auch erste fremdartige Leichen, die sie untersuchen und während dieser Expedition erwecken sie etwas zum Leben, aus Versehen, wie es so oft bei solchen Polarexpeditionen ist, das eigentlich tot bleiben sollte und das dann auch der Crew zu schaffen macht. In diesen Höhlen finden sie dann eben auch quasi den National Geographic Bericht des Cthulhu Universums, also man findet anhand von Höhlenmalereien quasi die Entstehungsgeschichte der Schöpfung selbst von Cthulhu und von diversen anderen Kreaturen und sie stoßen bei dieser Expedition dann eben auch auf die Schogoten eine Macht, die eben auch den ganzen anderen Halbgöttern da gefährlich wurde und mit dafür verantwortlich ist, dass da gewisse Leichen liegen. Und das Ding ist wunderschön geworden, du hast ja mal ein paar Fotos geschickt gerade von den Monstern, das ist ja bombastisch. Ja, das ist in zwei Ausgaben für so circa 18 Euro, die haben so 296 und 320 Seiten. Es ist wirklich schön präsentiert worden und es liest sich so schnell und es liest sich so lockerflockig weg, wie es Lovecraft damals nicht geschafft hat. Wie gesagt, das hier war so sein erstes längeres Werk, sein Bombastwerk und man merkt da tatsächlich, dass er sprachlich nicht ganz ausgereift ist. Es ist überwiegend aus der Ich-Perspektive, es gibt kaum Dialoge und ja, das Buch habe ich gelesen, trotz der Zeichnungen von Timo Würz, der das gelungen auch überträgt, musste ich mir dann noch nebenbei das Hörbuch von David Nathan gelesen anhören, um dann besseren Zugang zu finden. Diese Manga-Reihe schafft es deutlich mehr, dem Leser da einen Zugang zu gewähren, obwohl sie doppelt so lang ist, wie die eigentliche Davidas-Buch, weil das Buch hat nur 196 Seiten und hier hast du quasi das Doppelte an Seiten, auch das Doppelte an Preis, aber es liest sich eben so gut, dass ich da keinen Einwand habe, also für den Preis würdest du auch diese zwei Bände des Lovecraft-Mythos kriegen, die lesen sich aber echt ein bisschen anstrengend, vor allem gerade in der Pandemie-Zeit, wo man einsam und isoliert ist, ist es eine denkbar beschissene Idee, Dauern-Stories über einsame, isolierte Menschen zu lesen, die dann durchdrehen und von irgendwelchen Mächten abgeschlachtet werden, da kommt eine richtig geile Stimmung auf, deswegen empfehle ich, wer in Lovecraft mal reinlesen will, da ist die Herangehensweise von guter Narbe einfach die deutlich entspanntere und eben auch, der bringt dieses oldschoolige Horrorgefühl rüber, das Lovecraft so rüberbringen wollte, auch, das ist so klassischer Horror, knarzende Türen und das Böse schleicht sich so nach und nach langsam rein, um dann in teilweise unaussprechlichen Verformungen und so aufzutreten und bei der einen wichtigen Stelle des Buches wird es sogar dann auch nicht gezeigt, man weiß nur, einer der Hauptcharaktere ist nach dem Anblick dieses Wesens dann durchgedreht, wie es so viele von Lovecraft Protagonisten tun, also die, die es überleben, sind dann meistens komplett durchgedreht. Also man merkt schon, du bist ja durch und durch Lovecraft-Fan, das ist ja kein Geheimnis, du hast da auch irgendwie gefühlt alles gelesen und gesehen und gehört, was du gibst, glaube ich, würdest du das grundsätzlich also Lovecraft-Fans empfehlen oder eher den Manga-Horror-Fans? Ich würde das beiden empfehlen, Manga-Fans, die bei Lovecraft reinlesen wollen, den empfehle ich als Einstieg dann aber eher so die Farbe aus dem All, weil dieses Buch, das wirft auch mit Begriffen um sich, die Lovecraft dann geprägt hat, das Necronomicon und so, wenn du da kein Gespür hast, dann ist dir dieses epische Ausmaß von der Entdeckung nicht ganz so bewusst, als wenn du ein, zwei Storys davor schon gelesen hast. Was mich ja noch interessiert, weil ich ja jetzt ja unter die Manga-Kar gegangen bin, wie sieht es denn aus mit der Verarbeitung? Ich sehe hier in den Bildern, also quasi einfach auf der Karlsenseite, bei denen das ja erschienen ist, so einen dicken Doppel-Einband und so, das sieht gut aus. Ja, das ist, ich finde, das ist auch diese 18 Euro wert. Es gibt, wie bei gefühlt jedem Manga, so farbige Seiten, die da eingestreut werden, aber auch die wissen sie einzusetzen, dass sie nicht die Atmosphäre vernichten würden. Das, was er so beschreibt mit diesem Durchdrehen, das wird über die Gesichter und über die Mimik dann besser transportiert, als es teilweise Lovecraft in seitenlangen Monologen dann beschrieben hat. Also, ich bin durchaus Fan, aber ich finde ihn auch nicht unumstritten. Bisher ist mir bei den Mangas aber auch nur ein, zwei Mal dieses rassistische Thema, das immer wieder aufkommt, dann aufgefallen. Da war bei der ersten Adaption halt ein Hakenkreuz, bei so einem Unterwasserschiff, das von, ja, Nazi-Unterwasserschiff. Und bei der letzten Adaption meinte er, diese Leute hier waren erstaunlich dunkelhäutig, was ihnen ein bisschen Angst gemacht hat. Aber der Rassismus wird auch quasi reduziert und viele Passagen, die sich da langgezogen haben, werden gekürzt, ohne dass man das Gefühl hat, irgendwas davon zu vermissen. Mhm. Breedstorm, wir hatten ja zuletzt auch hier diesen Lovecraft-Graphic-Novel-Dingsbums von Reinhard Gleis besprochen, den hast du ja auch glaube ich nachgeholt. Wäre jetzt hier auch dieser Manga was für dich? Wäre das dein Einstieg? Ja, ich habe eben mal die Leseproben durchgezogen, das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Auf jeden Fall. Beim Gebrauchtportal dann. Ja, ich fürchte bei sowas, das funktioniert leider nicht bei allen Comics. Das ist ein Problem, ja. Und Andi, wie sieht es mit dir aus? Ja, ich finde die auch mal spannend. Ich habe die bisher hauptsächlich aus der aus der Ferne immer mitge... oder wahrgenommen, wobei ich habe, als meine Frau 2014 das erste Mal in Tokio war, hat sie mir tatsächlich einen dieser Lovecraft-Mangas aus Japan mitgebracht. Ich glaube, vielleicht waren die zu dem Zeitpunkt auch in Deutschland noch gar nicht erschienen. Ich kann den natürlich nicht lesen auf Japanisch, aber ich habe da einen davon im Regal stehen, so im ganz klassischen japanischen Manga-Format. Ich, ja, ich mag auch Lovecraft, ich habe nicht ganz zu viel gelesen, ich habe ein bisschen was gelesen und natürlich auch so diverse Filme gesehen und in dem Horror-Podcast, den ich noch so mache, kommt natürlich auch Lovecraft immer mal wieder vor, von daher bin ich da durchaus auch interessiert dran und ich höre auch immer wieder Gutes über die Manga-Adaptionen. Ja, gelesen habe ich jetzt selber noch keinen, aber wenn ich mal einen in die Finger kriege, bin ich daran interessiert. Bist du dir sicher, dass deine Frau dir was von Lovecraft mitgebracht hat oder waren da nur sehr viele Tentakel in diesem Manga? Nee, also das steht dann schon drauf. Das steht dann schon, der Name steht dann schon auf Englisch drauf. Also war das kein Sushi-Rezept? Nein. Wenn ich jetzt hier nicht so verkabelt wäre, könnte ich aufstehen und ihn greifen. Ich versuche das jetzt mal, ohne dass hoffentlich irgendwie der Ton dabei verloren geht. Wartet mal kurz. Erlebt die Abenteuer des drittwichtigsten Franken nach Bembers und Lodermatheos, wie er versucht, einen Comic aus dem Regal zu greifen. Ihr könnt es jetzt mal auf der Kamera hier sehen. Ja, das ist seine erste Adaption. Genau, also H.P. Lovecraft's The Hound and Other Stories Adaptation and Artworks bei Tanabe Gu. Das ist das bisschen, was auf Englisch draufsteht auf dem Titel und der Rest ist dann eben japanisch. Aber es liest sich eben tatsächlich deutlich weniger anstrengend als die Vorlage. Sehr gut, vielen Dank. Britzorn, wie sieht es bei dir aus? Dein zweiter Comic für heute ist am Start. Sehr gerne. Und zwar ist das La Casa von Paco Rucca, einem spanischen Zeichner und Autoren. Den, das ist mit sicherlich einer meiner liebsten spanischen Künstler. Von dem habe ich auch schon einiges gesprochen. Zuletzt äh, der Schatz der Black Swan ähm, aber auch die Heimatlosen, Kopf in den Wolken und Winter des Zeichners. Kann man alle sehr gut weglesen. Und La Casa hatte ich irgendwie verpasst. Der kam zwischendurch raus, wo ich doch mal ein bisschen mehr mit der Kinderaufzucht anscheinend beschäftigt war als mit Comics. und so kam es, dass ich den jetzt nachgeholt habe. Ich habe den ja noch vollmundig auf Twitter gepostet, nach dem Motto jetzt spanische Sonne bei dem tristen Wetter. Und wenn man das Cover so auf den ersten Blick betrachtet, sieht das auch so aus. Also man sieht einen Herren, der mit dem Schlauch die Blumen gießt in einem Garten. Was man erst auf den zweiten Blick sieht, ist, dass in der Ecke des Covers ein paar Tüten stehen, wo nicht nur Pflanzenteile drin sind, sondern auch Klamotten. Und zwar sind es die Klamotten des verstorbenen Vaters von Paco Roka. Denn er sortiert in dem Haus, also in La Casa aus, was an Dingen von seinem Vater übrig ist. Der Comic beginnt sogar noch mit dem Vater. Man sieht, wie er seine Sachen packt und sich anzieht, sich nochmal vergewissert, dass alles okay ist und dann rausgeht und dann sieht man ihn nicht mehr lebend in diesem ganzen Comic wieder, denn wie man erfährt, ist der Vater verstorben. Und es geht dann weiter damit, dass Paco Roka mit seiner Freundin oder Lebensgefährtin in dieses Haus geht und sie wollen es zurecht machen, um das Ganze zu verkaufen. Und zwar ist das nicht so das typische Familienhaus, sondern das ist so eine Art Finca, wo die Familie sehr oft am Wochenende war. Und man sieht zunächst, wie sie dann anfangen ein bisschen zu renovieren, den Garten wieder auf Vordermann zu bringen, weil in dem Zustand, in dem das Haus ist, bis man das alles geregelt hat, mit der Beerdigung und anderen Sachen, die da anstanden, ist das Haus etwas verwildert und der Garten, den der Vater immer sehr stark gepflegt hat, der ist auch runtergekommen. Aber je mehr sie sich damit beschäftigen, umso mehr kommen halt die Erinnerungen auch wieder hoch, wie man bestimmte Sachen in dem Garten angelegt hat, was für gemeinsame Erlebnisse man in diesem Haus hatte, in dieser Finca. Und dann gibt es eine Staffelübergabe, dann kommt nämlich der Bruder von Paco Roka und der macht dann auch weiter. Das hat er recht humorvoll überschrieben, indem seinen Bruder ihn erstmal beschuldigt, der Künstler hat wieder nichts gebacken gekriegt, hat die Farben wieder nicht gekauft, die er kaufen sollte. Und so trifft sich dann mehr oder weniger die Familie in diesem Haus wieder, erinnert sich und sie überlegen sich, was sie jetzt wirklich mit dem Haus machen, sollen sie es jetzt behalten oder sollen sie es nicht behalten. Und die gesamte Lebensgeschichte von dem Vater von Paco Roka bekommt hier so ein Denkmal gesetzt. natürlich haben ältere Menschen irgendwann den einen oder anderen spleen hier würde auch der ein oder andere spleen dann erklärt, warum das passiert ist. Also sein Vater hatte zum Beispiel eine Terrasse gebaut und die mehr als amateurhaft, weil in Spanien der 80er da hat man mit Nachbarn zusammen solche Fingers zusammen gebaut, statt das einem Unternehmen zu unterlassen und hat auch viel selber gemacht. Demzufolge sind natürlich alle baulichen Dinge auch nicht so wie sie sein sollten. stümpehaft geworden, es wird aber beschrieben, dass der Vater von Paco Rucka als sein junger Mann war, war halt Fahrer von irgendeinem Fabrikanten und der hatte halt auch eine Terrasse und für ihn war das immer so ein Zeichen von Wohlstand irgendwie, dass langweilig wird. Sondern es einfach bringt einen mehr dazu, über die Vergangenheit nachzudenken und auch was verbinde ich für Erinnerungen mit Gebäuden, in der die Familie lange Zeit zu Hause war, in der man vielleicht groß geworden ist, in der Feiern passiert sind und auch die Gedanken kann ich das jetzt so einfach veräußern. Das sind alles Dinge, die in diesen Band mit einfließen. Ja, also das ist sicherlich das persönlichste Buch, ganz klar von Paco Roka, was ich bislang gelesen habe. Ich weiß nicht, ob es da noch weitere gibt, die vielleicht auf Deutsch nicht veröffentlicht sind, aber mir gefällt das sehr gut, dieser autobiografische Stil vermischt mit seiner Familiengeschichte und das ist was, was ich wirklich jedem auch ans Herz legen kann. Ja, weil hier ist zwar der Tod auch ein Thema, ganz klar, Erinnerung an den Vater, der verstorben ist und die Erinnerung, wie wird die weiterhin gelebt. Der Band geht gar nicht ein auf Dinge wie was passiert im Krankenhaus, was passiert auf der Beerdigung, Leid, sondern es wirklich die Phase danach und man erzählt sich alte Geschichten und das Angenken wird einfach geehrt und so ist das einfach ein sehr herzlicher Band. dem ich jedem empfehlen möchte. Der hat ja auch da mit gemacht bei diesem Schatz der Black Swan, da war er auch mit dabei. Ich muss schon sagen, das spricht mich wirklich sehr an. Das Ding finde ich wahnsinnig interessant. Ich habe die Leseprobe mal wieder vor mir auf der Reprodukt-Seite und das ist schon top. Auch mit diesen Baumängeln. Man sieht es an der Toilette ganz gut. Ich mochte Paco Ruckas Stil auch gern. Deswegen, wenn er da persönlicher wird, da kriege ich schon auch Lust, das zu lesen. Ja, Schlag zu, Leute. Du hast jetzt vorhin bei Mutter hat Krebs etwas, das mir so Verhalten empfohlen. Also, so, schwieriges Thema, muss man in der Stimmung sein, ist jetzt kein Unterhaltungscomic, vielleicht nicht für jeden Leser oder jede Leserin. Jetzt bei La Casa warst du da enthusiastischer? Hängt das jetzt mehr damit zusammen, dass du einfach generell Paco Rucker Fan bist? Oder ist der Band auch eher, das schwang jetzt vielleicht auch so ein bisschen mit, auch eher lebendiger? Also, auch mehr, geht es bei Mutter hat Krebs mehr um Tod und bei La Casa mehr um Leben? Oder ist das nur deine persönliche Paco Rucker Liebe, die dich da etwas enthusiastischer erschienen ließ gerade? Ja, optisch auf jeden Fall, aber Mutter hat Krebs ist halt die Leidensgeschichte und der Kampf gegen den Krebs und La Casa ist die Erinnerung und eine schöne Erinnerung und auch eine Erinnerung, die nicht immer verklärend ist, sondern die auch manchmal Dinge erklärt, also nicht verklärend, sondern erklärend, weil gewisse Eigenarten an dem Vater, er unterhält sich da zum Beispiel mit einem Nachbarn, den er von früher kennt und er erläutert ihm einfach verschiedene Sachen, die er vorher eine Seite von seinem Vater dargestellt haben, die er nicht kannte vorher. Er ist zum Trauben draußen und die Trauben hat er zum Schutz vor Kälte mit Zeitungsartikeln eingewickelt und zwar mit Zeitungsartikeln über seinen Sohn. Die hat er halt da rumliegen und die hat er halt dazu benutzt, weil das für ihn, also er hat die gelesen, aber es war nicht für ihn wichtig, die aufzubewahren und da wird es auch so ein bisschen erklärt, warum das vielleicht so gewesen ist und dass er aber trotzdem alles in allem trotzdem ein herzlicher Mensch war, obwohl man das vielleicht nicht immer so gesehen hat, dass man auch wenn man wen sehr gut kennt, nicht jede Facette und jede Herkunft von Handlungen erkennen kann in jemanden und dass man das nachträglich manchmal vielleicht erst später besser begreifen kann. Klingt nach einem interessanten Band jedenfalls. Ja, dann dafür viel Dank für den Abschluss deines Trauer Doppels, aber das ist ja letztlich schon hier eine positive, wie wir gerade festgestellt haben, ein positiver Ausklang dieses Doppels. Klingt toll, muss man mal reinschauen, wäre auch jemand, den könnte ich mir auch echt gut, ich könnte mir die alle sehr gut vorstellen bei sowas wie bei meinem nächsten Comicsalon in wann auch immer der stattfindet, so als Ehrengast Spanien als Land oder so, das wäre der letzten Vorstellung für heute dran, ein Manga und ich weiß, dass da der Patrick auch viel zu erzählen kann, denn da gibt es unter anderem auch eine Serie zu auf Netflix, ein Anime und ich habe ja bei der letzten Folge sträflicherweise das Wort Anime benutzt, obwohl ich Manga sagen wollte, ich bin da inzwischen sensibilisiert für, mir geht es heute um Last Hero Inuyashiki und der namensgebende Inuyashiki ist eigentlich ein alter Mann, dieser alte Mann, das spielt alles in Japan, hat sich sehr von seiner Familie entfremdet, er ist ein bisschen alt und gebrechlich, er ist mal mindestens rein optisch 20 Jahre älter als das, was in seiner Geburtsurkunde steht und haggert sich halt ganz schön für seine Familie ab, kann jetzt gerade im ersten Band sich irgendwie gerade ein neues Haus irgendwie leisten, günstiges, aber seine Familie ist, also die schämen sich halt für ihn, seine Frau ist irgendwie im Einzelhandel an der Kasse tätig und gibt ihm auch mehr so noch Befehlstöne, seine Tochter schämt sich wirklich für ihn, will nicht mal von ihm zur Schule gebracht werden und der Sohn, ja, der ist irgendwie auch da, ist halt noch ein bisschen kleiner, die Distanz, die in der Familiäre ist dermaßen groß, dass selbst die Krebsdiagnose, die er bekommt, nichts ist, was er mit seiner Familie teilen möchte und er erst mal mit sich selbst klarkommen muss, ein einfach älterer, gebrechlicher Mann, wie es wirkt und das sind nur die ersten Seiten, denn das Ganze ist ja ein Science-Fiction-Dystopie- irgendwas, Manga-Reihe-Dings, denn dann ist er irgendwie spazieren in seiner Trauer auf einem Hügel irgendwo um nirgendwo und plötzlich fällt ein Komet oder irgendwas Vergleichbares vom Himmel und kurzum, irgendwie ist er plötzlich ein Roboter. Also er ist kein Mensch mehr, sondern er ist von jetzt auf gleich so ein Ganzkörper-Terminator vollgepackt bis zur Oberlippe mit Bomben, Munitionen und hast du nicht gesehen, eine richtige Kampfmaschine und das Ganze aber mit dem Bewusstsein eines Menschen, also gerade, dass er selbst jetzt ein Roboter geworden ist, das muss er selbst erstmal entdecken, das ist ihm alles zu Beginn der Reihe noch so gar nicht richtig klar und ja, wir erfahren nur so ganz langsam, ich habe zwischen vier Bände der, ich glaube, auf zehn Bänden ausgelegten Reihe gelesen und innerhalb der ersten vier Bände ist noch nicht so ganz so abschließend klar, warum er jetzt eigentlich Roboter ist, wo das herkommt und so, das wird alles nur so ein bisschen geklärt, spannend ist aber, dass auf dem Hügel, wo er scheinbar von irgendwas erschlagen wird und zum Roboter wird, noch ein junger Mann war, der junge Mann hat exakt dasselbe Schicksal erlitten, ist auch plötzlich ein Roboter und wahrscheinlich ist einfach der physische Körper, der menschliche Körper von beiden weg, verdunstet, keine Ahnung und sie sind eben jetzt noch in dieser Robotergestalt da, nur dass der junge Mann, zu dem er lange keinen Kontakt hat und von dem er lange nicht weiß, wer das eigentlich ist, diese, wenn man so will, Kräfte, die er jetzt hat, nutzt, ganz schön auf die Kacke zu hauen und zwar im negativen Sinne, er bringt Leute um, er manipuliert Geldautomaten, um an Geld zu kommen und seiner Mutter, die irgendwie auch leidet, ja letztlich ein schöneres Leben zu machen, er provoziert Autounfälle, er bringt Mitschüler um und teilweise auch super, ultra brutal, wen er hier umbringt und wie er sie umbringt und wie er nicht mal im Ansatz irgendwie mitleidet, das ist schon ganz krass und das ist auch was, was die Serie in den ersten vier Bänden auszeichnet, es gibt regelmäßige, ganz enorme Gewaltspitzen, also wirklich von, ja, Vergewaltigungen, Drogenmissbrauch, Entführungen, schlimmste Prügel, Blut, ja einfach, ist halt schon krass, keine Ahnung, wenn dieser alte Mann auch im ersten Band dann von mehreren Schlägern vermöbelt wird, das sieht schon übel aus, wir als Leser wissen, okay, da passiert jetzt rein gar nichts und gleich, wenn er dann am Boden liegt und alle denken, wer er tut und drehen sich wieder um und gehen, da tickt er nochmal so richtig aus und dann plötzlich fahren alle Waffen aus ihm raus und dann geht es so richtig ab, aber die Szene, wie er da zu Boden geprügelt wird, die ich jetzt exemplarisch nenne, die ist halt schon sehr krass und das verteilt sich letztlich auf alle vier Bände, da sind ganz viele recht krasse Szenen dabei und deswegen ist dieser Manga aus meiner Sicht zu Recht ab 16 empfohlen. Die Reihe würde ich gerne auch weiterlesen, es ist nicht so einfach da ranzukommen, die ist damals bei Egmont ehrpa erschienen und man kriegt die nicht mehr so einfach, ich habe jetzt hier glaube ich auch jeweils echt irgendwie so das letzte Exemplar auf Medimops bestellt, da waren die Preise noch okay, aber ich werde wohl oder übel auf kurz oder lang hier digital weiterlesen müssen, wenn ich das tun möchte und bin auch so ein bisschen, weil Manga ist ja für mich jetzt gerade auch so eine Art Experiment, also ich habe nicht so mega viele Manga gelesen in meinem Leben, mir ist wieder hier aufgefallen, wie wahnsinnig schnell ich durch so ein Manga-Band durch bin, also gefühlt brauche ich so 20 Minuten, dann bin ich durch das Ding durch und da sind 10 Euro vielleicht ein bisschen zu viel für, dann ist es auch so ein Ding, also warum bin ich da durch? Das liegt einfach daran, dass der Textanteil so extrem minimal ist, dass es halt, also auch wenig und wenn, dann sind es mehr so vier Worte ausgeschrien und lauf dir hinterher und so und dann ist halt auch schon die Splash-Page wieder vorbei, das ist halt schon und das ist halt einfach wenig, generell das Artwork muss man sagen, gerade die Außenaufnahmen, das sind ganz oft, gibt es da Fotovorlagen, auf die sich der Künstler stürzt, der Künstler ist übrigens Hiroya Oku und trotzdem ist es schön, also ich kann die Menschen nachvollziehen, die Emotionen nachvollziehen, ich bin ganz oft von den Ideen, die mir präsentiert werden, überrascht, gerade diese düsteren und die technischen Aspekte und so, das finde ich alles schon ganz toll, es ist auch ein Manga, der nicht diese übertriebene Manga-Emotion hat, also dieses, diese Rotznase, die zum Beispiel, also wo der Rotz aus der Nase läuft oder diese komischen Topfen, die vom Kopf abgestrahlen, wenn man sich irgendwie schämt oder so, also ich kann das schlecht beschreiben, weil da habe ich zu wenig Erfahrung mit, aber gerade diese, sagen wir mal, das, was vielen an Manga abschreckt, in der Darstellung, ist das hier nicht, das ist hier nicht drin, das ist eher so verhältnismäßig realistisch in der Darstellung und deswegen bin ich auch dem Thorsten von Plan Plan Productions sehr dankbar, dass er das empfohlen hat, ich kann mir vorstellen, dass ich hier weiterlese, der Patrick hat ja die Reihe auch gelesen, mir noch was anderes empfohlen, was hier auch drin steht, du hast die Tage den ersten Band nochmal gelesen, ne? Genau, ich habe den ersten Band gelesen und während ich den gelesen habe, bin ich bei Netflix auf die Anime-Serie dazu gestoßen, habe dann relativ schnell festgestellt, dass das fast eins zu eins die Folgen sind, sich auch entsprechend schnell lesen lassen, also das war bei mir auch so ein Kritikpunkt, dass das relativ schnell zur Sache geht, dass da relativ wenig Text ist, dass das relativ schnell durch hast und weil das fast wirklich eins zu eins war, dachte ich mir, ja okay, sparst du dir das Geld und guckst die Anime-Serie dazu und wie du da schon so richtig erkannt hast, die grafische Gewalt ist teilweise schon extrem, also wenn dieser Shishigami da den Vater über den Sohn erschießt und die beide elendigen in der Badewanne verbluten, da denkst du dir, ja okay, das ist jetzt echt eine Spur zu drüber, da ist er wirklich sehr, sehr übel, weil gleichzeitig hat das dann auch was Krudes, also es hat was, dass du das nebenbei snacken kannst, das wird nicht mehr besonders tiefgehend, viele der Sachen, wo du dir erhoffst, ja okay, da wird vielleicht ein bisschen mehr drauf eingegangen, passiert eben leider nicht, da wird nicht großartig auf diesen Meteoriteneinschlag eingegangen oder sonst wie, dieses Tiefgehende hat mir gefehlt, man merkt eben, dass das der Autor und Zeichner von Gans ist und da wurde es auch immer wieder abstrus, da gab es auch immer wieder diese Gewaltspitzen, ich weiß auch gar nicht, wie sie am Ende der ersten Staffel da noch eine zweite hinterherbringen wollen, weil das Ende wiegte eigentlich zwar ein bisschen abrupt, aber es wirkte abgeschlossen und ja, ich war nicht zu 100% zufrieden, aber da bin ich halt auch ein bisschen hochkalibigere, psychologischere Mangas gewöhnt. Ja, interessant, weil es doch eine Empfehlung ist, aber es ist wirklich sonderlich deep, das stimmt schon, ich weiß nicht so genau, muss es ja auch nicht unbedingt, ich wollte ja irgendwie auch Action oder so, es ist eine schöne Zerstreuung, das war es echt, das konnte ich, das konnte ich so nebenbei mal eben fix lesen, vier Bände, ich meine, das ist schon krass. Die Anime-Serie ist ja auch was, was du super nebenbei wegsnacken kannst, man könnte aber auch aus den vielen Klischees, auch wenn das sowas vermeidet wie Kulleraugen und so, könntest du trotzdem ein Trinkspiel machen, wie oft steht Inuyashiki da mit aufgeklapptem Mund und erklärt denen, dass er ein Roboter ist und die anderen interessiert es halt einfach wirklich einen Scheißdreck, sowas oder wie oft rennt Inuyashiki dann oberkörperfrei rum oder wird ausgenockt und dann übernehmen die Maschinen in ihm die Arbeit und meucheln alles nieder. Solche Sachen und da ist mir auch diese eine Episode aufgestoßen, wie dieses eine Frau entführt wird und er dann wirklich mit Vergewaltigung und eindroht und dieser Inuyashiki taucht da gerade mal am Ende der Folge auf beziehungsweise des Mangas und tritt dann als Held in Erscheinung, aber zwischenzeitlich dieses ganze Vergewaltigungsthema, das auch nicht groß psychologisch untermalen wird, da dachte ich, muss das jetzt schon wieder sein. Meinst du so ein bisschen mehr Effekttascherei letztlich? Das kann natürlich sein, wenn man sich so ein bisschen anguckt, was so auch vielleicht die Zielgruppe davon war. Das könnte man sich schon vorstellen, das sind halt wahrscheinlich das ist ein eher männliches, gewalt, nicht mit dem geliebnis, aber gewaltaffines Publikum, tendenziell vielleicht auch ein bisschen jünger, vielleicht jünger als das, was empfohlen wird. Weiß ich nicht, also stimmt schon, es fehlt ein bisschen an Tiefgang. Das stimmt schon, das kann ich nur bestätigen. Und dieser Killer, der ist ja nebenbei auch noch so auf dem Meta-Trip, der sagt dann, ach ja, Gans, das war ja ein ganz beschissener Manga und sonst wie, also wird dann nebenbei noch versucht, so eine Meta-Ebene aufzuziehen, die nicht ganz so eingehalten werden kann. Vielleicht mal für mich ganz kurz, weil Gans auch, wie gesagt, ich glaube, das muss man wohl kennen und hier steht auch fett ganz groß drauf, neue Hitserie vom Gans-Schöpfer, scheinbar erschien Gans vorher, keine Ahnung, kannst du mal kurz was dazu erzählen? Ja, das erschien vorher. Was ist Gans? Kannst du in etwa vergleichen mit Alice in Borderland, da werden wirklich so eine Gruppe zehn Leute in den Raum geschmissen und dann müssen sie so Spiele ums Überleben spielen und das sind von Folge zu Folge immer absurdere Ausmaß an, dass dann zum Beispiel so ein Riesen-Killerlauch die Leute angreift, den sie besiegen müssen und so. Man merkt, dass er deutlich mehr bei den Gewaltspitzen zu Hause ist und bei abstrusen Situationen und hier bei Inu Yashiki versucht er mal sowas wie so eine gröbere, stringente Handlung zu erzählen, das gelingt ihm aber nicht immer wirklich. Ja, es hat so episodenhafte Strukturen und Themen auf jeden Fall, gerade diese Gewaltgeschichte, die ich jetzt meinte, auch mit der Vergewaltigung, du hast jetzt angesprochen, da geht es ja letztlich um eine Auseinandersetzung mit der Yakuza, das wirkt ein bisschen reingeschoben, andererseits erweitert es auch die Welt, in der alles spielt. Ja, ich habe ja gesehen, es gibt auch eine Realverfilmung davon, da habe ich einen Trailer gesehen die Tage. Das ist vielleicht ein besserer Ansatz, dass man hier einfach radikal unsinnigen Quatsch streicht und das Ganze vielleicht so auf einen zweieinhalb, zwei Stunden Film vielleicht reduziert und letztlich damit genau dasselbe erzählt. Ja, aber ich kann auch sagen, Splatter-Freunde werden auch beim Manga und beim Anime durchaus auf ihre Kosten kommen. Sehr gut. Ja, wie gesagt, als man so schnell durch war, das hat mich echt überrascht. Das ist schon krass. Ich habe schon weiterhin Bock auf so Manga und so, aber ich glaube, ich werde zum Beispiel auch sehr viel mehr Digital-Manga lesen, gerade weil es so viel legal und so auch kostenlos im Netz gibt. Ich glaube, da wird tendenziell, wenn es um Masse geht, eher so meinen Weg hingehen bei der Frage, was ich jetzt demnächst noch an Mangas lesen werde. Also wenn ihr mal eine Empfehlung habt für einen Online-Manga, dann immer her damit. Die Sachen, die ich dir empfohlen habe, die kann ich dir ja auch mal leihen, dass du dabei Bedarf dann reinliest. Das machen wir sowieso mal, ey. Hoffentlich ist der Spaß irgendwann vorbei und wir können mal unsere Comic-Bibliotheken tauschen. Geil. Oder eben mal klassisch Filmnacht mit ein paar Bierchen. Ja, fehlt uns allen. Anni, wie sieht es aus? Kennst du die Reihe? Äh, nee, kenne ich nicht. Ich bin ja jetzt auch nicht der total belesene Manga-Leser und ich, also ganz ist mir ein Begriff, äh, das schon, aber diese, äh, Inuyashiki-Reihe, die habe ich vielleicht mal peripher irgendwo gesehen, aber war mir jetzt nicht wirklich bewusst. Ich, wenn es um Manga geht, ist mein erster Manga-Kar, wo ich so, so, also nicht, also, meine erste Anlaufstelle ist immer Inyo Asano, den, den mag ich gerne und da vor allem die Reihe Dead Dead Demon destruction Instruction und auch noch so ein paar Bände, die einzeln abgeschlossene Bände sind und dem sein Zeichenstil mag ich sehr gerne aber ja, wie gesagt das ist so ganz breit ist mein aktives Manga angelesenes Wissen nicht, ich kenne zwar einiges, aber wenig selber gelesen Und Breed Soap, könntest du dir vorstellen, da mal einen Blick reinzuwerfen? Es geht wirklich sauschnell, das ist eine top perfekte Klolektüre legst du hin, ratzfatz bist du durch Also mit dem Motto willst du mich ködern, ja Also ich ja, also ich habe schon so ein paar Sachen, die ich gut finde, aber ob das jetzt, da müsste ich wirklich mal eine Leseprobe oder so besorgen, ich bin schon eher bei denen, die eher einen europäischen Stil pflegen da fühle ich mich dann eher willkommen Ich meine, Jiro Taniguchi ist ja sehr bekannt in Deutschland auch und in Europa, Frankreich vor allem auch und das ist eher so die Art zu der es mich hinzieht Ja Okay Cool Ja, habt ihr da draußen die Reihe gelesen? Wie geht's weiter? Sollte ich das unbedingt lesen? Oder könnte ich vielleicht direkt einfach Band 10 lesen? Weil dazwischen eh nur Filler passieren Sagt mir, ich möchte es gern wissen Ja Jungsmensch, da haben wir doch glaube ich jetzt gerade mal exakt alle Vorstellungen für heute durch, oder? So schaut's aus Tja dann Was haben wir noch? Es gibt eine neue Lucky Luke-Hommage von Ralf König auf die habe ich mega Bock oder soll es bald geben ist jetzt angekündigt Das wollte ich auf jeden Fall nochmal gesagt haben Und wir könnten uns bestimmt jetzt nochmal eine Stunde über den neuen Trailer zum Snyder Cut von Justice League unterhalten Aber das wäre nicht der richtige Podcast für, glaube ich Ähm Jo Dann wird es Zeit, die üblichen Hinweise zu geben Breedstorm, sag mal Wenn man die Folge jetzt hier gehört hat Wo findet man uns denn? Wo kann man uns denn schreiben? Wie toll wir sind? Und wo kann man vielleicht nochmal genau nachschauen Was wir eigentlich die ganze Zeit so machen? Also wir finden alle Kontaktmöglichkeiten zweifellos auf der Comic-Community Wo der Podcast ja auch nach wie vor gut gespeichert wird Es gibt uns natürlich auf Apple Es gibt uns auf iTunes natürlich Es gibt uns bei Twitter Es gibt uns bei Instagram Es gibt uns bei Facebook Und wir haben eine hervorragende Telegram-Gruppe Da könnt ihr zu einer kleinen, aber feinen Gruppe gehören Nämlich die außer uns auch noch mit dazu zu gehören Also das ist wirklich ein bisschen verbesserungsbedürftig Da könnt ihr gerne mal reinschauen Auch alles unter dem Namen Comic-Cookies zu finden Wir sind nicht die Comedy-Gruppe aus den USA gleichen Namens Sondern wir behandeln wirklich Comics Sehr gut Wenn ihr nicht genau wisst, wo ihr draufklicken müsst Also auf den Social-Plattformen Social-Media-Plattformen Haben wir jeweils diese Links zu dieser Gruppe alle mal gepostet Wir versuchen da einfach gerade ein bisschen mehr mit euch in Kontakt zu kommen Und dann überlegen, was da so geht Wenn ihr Irgendwas von diesen Comics, die wir heute vorgestellt haben Kaufen wollt Und ihr könnt die nicht bei euch in die Ecke beim Laden kaufen Und ihr wollt die zum Beispiel auf Ja, einfach Amazon kaufen Dann wäre es voll toll Wenn ihr den sogenannten Affiliate-Link nutzen würdet Den ihr in den Shownotes findet Also insbesondere jetzt hier In den Kapitelmarken zu den einzelnen Episoden Aber zum Beispiel auch auf YouTube Da gibt es in den Shownotes so Links Da könnt ihr draufklicken Könnt diese Comics erwerben Zum ganz regulären Preis Wie sie sonst bei Amazon auch kosten würden Auch da teilweise reduziert eben Weil sie gebraucht sind Und wir bekommen einen ganz kleinen Aber feinen Anteil ab Und wenn ihr das tätet Würdet ihr jetzt einem sehr exklusiven Kreis Von Leuten gehören Die das machen Denn ihr wärt die Ersten Insofern würde ich mich sehr drüber freuen Wenn ihr die Möglichkeit nutzt Und uns Feedback hinterlasst Genau Und Patrick findet es auch voll toll Wenn ihr uns bewertet Auf Apple Podcast Und Podcast.de Und wenn ihr eurer Mama sagt Wie wir sind Das wäre auch gut Schön Ja Jungs Es ist dunkel draußen Und die Februar Ausgabe Ist im Kasten Yippie Schön war's Lieber Andi Lieber Breedstorm Lieber Patrick Vielen Dank Und bis zum nächsten Mal Ciao 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 Und jetzt die Rubrik Der witzigste Witz Ah ne Das ist ja Andere Abteilung Jetzt die Rubrik Leger Legende Erzählt ganz kurz Was von einem Comic Der frisch erschienen ist In den USA Gab es vor ein paar Jahren Vor ein paar Jahren Vor wenigen Jahren Bei Dark Horse Eine komplette Lizenzveränderung Die haben Einige Lizenzen Einfach Seien gelassen Aufgegeben Nicht verlängert Abgegeben Da gehörte Star Wars dazu Da gibt's Gründe für Da gehörte Buffy dazu Da gibt's bestimmt auch Gründe für Die kenn ich jetzt nicht Und Buffy ist ja ein ziemlich cooles Franchise Das Buffyverse Vom George Whedon Und Da gab's ja Sieben Staffeln Als TV-Serie Und Ab der achten Staffel Gab's dann eben Die Staffeln als Comic-Serie In USA Erscheint alles Immer erst mal Als Heftchen Jedes Heft Ist dann Sowas wie ein Kapitel Und Kann gerne mit der TV-Serie starten Oder sogar mit dem Davor gehörenden ersten Film Ich fand's Ich fand's ab der TV-Serie Richtig gut Die geht grad Nach der siebten Staffel Als achte Staffel Bis zwölfte Staffel Als Comic weiter Und dann gibt's den Reboot Der in USA Bei Boom Studios Gestartet ist Hierzulande Gibt's den großen Panini Verlag Hierzulande Gibt's den kleinen Danny Books Verlag Der Reboot Von Buffy Ist hierzulande Bei Panini Erschienen Im US-Heft Format Von der Größe des Comics her Hierzulande Erscheint's Bei Panini Als Paperback So wie Ja Früher schon Die Staffeln Acht bis Zwölf Jetzt auch Der Reboot Und der kleinere Verlag Danny Books Bringt Die Comics Von Angel raus Ist ein kleinerer Verlag Deswegen sind auch Die Paperbacks Von Angel Ein bisschen kleiner Also deshalb weiß ich nicht Aber es ist halt leider so Ist mir aufgefallen Finde ich schade Ist wenn man sie jetzt Nebeneinander stellt Von der Größe her halt Ein bisschen geduckter Ein bisschen kleiner Als die Buffy Comics Aber Wir können halt Froh sein Dass es überhaupt Die Angel Comics gibt Weil die gehören Komplett zum Buffyverse dazu In den USA Sind einfach Die Buffy Comics Dann bei Boom Studios Erschienen Komplett neu Sortiert Die Geschichten Die Charaktere In welcher Reihenfolge Was wie wo Das erste Mal auftritt Die Buffy Historie So wie man sie liebt Kommt Neu gemischt Wieder vor Nachdem alle vorgestellt Sind Und alle Plätze Da sind Alle Schauplätze Alle Charaktere Richtig platziert sind Gehen die Storys Einfach los Neue Storys Mit alten Bekannten Die man alle Sehr lieb gewonnen hatte Und immer noch mag Für Neuleser Die kriegen es jetzt Nach dem Reboot Anders vorgestellt Wie man sie kennenlernen kann Beide Versionen Sind sehr charmant Wer es schon kennt Wie es jetzt vorgestellt wird Sehr witzig Sehr schön Man kann jedes Mal gespannt sein Wer kommt als nächstes dran Wird eingeführt Ebenso ist es auch bei Angel Und ich bespreche jetzt mal Den ersten Angel Comic Der frisch bei Danny Box erschienen ist Der erste Band Von Vieren Heißt Mensch sein Nicht zu verwechseln Es gab schon mal 2010 bei Panini Ein Comic Der hieß Angel nur ein Mensch Das war vor dem Reboot Und jetzt gibt es Ein Comic von Dem Autor Brian Edward Hill Der hat schon mal Witchblade Postal Detective Comics gemacht Von dem Zeichner Gleb Melnikov Der hat so ein paar Einzelne Hefte Bei DC gemacht Zum Beispiel Future State Superman Worlds of War 1 und 2 Oder ein Wonder Woman Heft Übersetzt hat das Ganze Der Janne Rohleder Heutzutage sagt man immer noch dazu Wer es übersetzt hat Janne Rohleder ist der Verlagsinhaber von Danny Box Ganz fleißiger Kerl Der scheinbar einen Ähnlichen Geschmack Vom US-Heftemarkt hat Wie ich Was der so alles Auf Deutsch rausbringt Passt oft Die Paperbacks Bei Danny Box Von Angel Sind jetzt 15,7 x 24 cm Ist wie gesagt Ein bisschen kleiner Warum wie gesagt Weil ich es einfach Doppelt und dreifach erwähne Weil das Kleinere Formaten Bisschen schade ist Der erste Paperback Hat 136 Seiten Kostet Als PDF E-Book 8,99 Euro Als Softcover Paperback 16,99 Euro Da ist die Erstauflage 1200 Exemplare Den gibt es auch Als schicken Limitierten Hardcover Für 29,99 Euro Wer den sich kauft Weiß einfach Dass er mit diesem Preis Den er bezahlt Dann auch Den Verlag Unterstützt Und dann hat man halt Ein streng limitiertes Schickes Hardcover Buch Empfohlenes Lesealter Ist ab 12 Jahren Die Cover Die vorne drauf Abgebildet sind Ja Kann der Verleger Selbst aussuchen Aus meiner Sicht Hat da der Jano Sachen ausgesucht Die hätte ich jetzt Anders gewählt Aber alle Cover Die auf dem US-Markt Erschienen sind Sind in der Cover-Galerie Auch nochmal abgedruckt Und da kann man Schön schauen Da kann man sich Sogar einen Eindruck Machen Was denn in USA Die Cover-Kultur ist Denn da gibt es Zum Beispiel Vom ersten Heft Vom zweiten Heft Eine Zweit- und Eine Drittauflage Dann hat das erste Heft Zum Beispiel Cover so und so Da ist der Angel Vorne drauf Hintergrundfarbe so Angel sieht aus Wie als Nicht-Vampir Eine Zweitauflage Hat dann die Hintergrundfarbe Eine andere Farbe Eine Drittauflage Ist der Angel Vielleicht als Dasselbe Motiv Nur als Vampir dargestellt Eine Viertauflage Nochmal eine Abwandlung Ist schon cool Sowas zu verfolgen Außerdem gibt es Bei Variant-Covern Ja auch oft dann Schicke Motive Von anderen Künstlern Wie die sich vorstellen Dass ein Cover aussehen soll Und das ist alles Hintendran In der Cover-Galerie Abgebildet Vorne dran Kommen erstmal die Comics Was gar nicht mit vorkommt Was bei Angel Aber eh kaum auftritt Ist halt redaktioneller Beitrag In USA Die Hefte Bei Buffy zum Beispiel Die haben vorne drin Immer so eine kleine Einführung Die wie von der Cordelia geschrieben Formuliert ist Hintendran gibt es immer Ein Leserservice Wo Fanbriefe Abgedruckt Und beantwortet werden Bei Angel Kommt das jetzt direkt Nicht so vor Auf dem Backcover Also U4 Ist immer bei Buffy Und bei vielen Heften Von Angel Immer so ein Spruch Als Motto Aus der Welt Von Angel Und von Buffy Abgedruckt Das fehlt jetzt bei den Deutschen Ausgaben auch Weil die Paperbacks In USA und in Deutschland Einfach nur den Comic Abdrucken Und da ist jetzt Der deutsche erste Paperback Einfach Der Sammelband Der auf Englisch Angel Volume 1 Being Human Von 2019 War Und der beinhaltet Jetzt Angel Heft 0 Heft 1 bis 4 Eine große Covergalerie Und die Frenemies Seiten 11 bis 19 Von den Free Comic Book Days Buffy the Vampire Slayer Das in USA Auch 2019 Erschienen war Ja Der Angel Das ist ein Vampir Das ist ein cooler Vampir Das ist unter allen Vampirliebhabern Die werden es wissen Einer der ganz wenigen Die nachdem Man als Seelenloser Vampir Sein Unwesen treibt Auf einmal durch den Fluch Scheiße Wieder eine Seele hat Damit kann man nicht gut umgehen Weil dann spürt man Mich all seine Übeltaten Mit Schmerzen Und will die wieder gut Machen müssen Umgekehrt Muss sie wieder gut Machen wollen Und das ist Das Schicksal Vom Angel Das Ist das Was ihn immer verfolgt Das ist das Was uns als Leser Immer verfolgt Das ist das Was jetzt zum Beispiel Hier als Story Immer wieder aufgegriffen wird Das nullte Heft Ist sozusagen Das vorangestellte Kapitel Mal gucken Wie sie es hier in dem Comic Jetzt Prolog Nennen sie es Und ich weiß nicht Wie weit er mit den Späteren Storys Verwoben ist Auf mich wirkt es so Als wäre dieser Prolog Ziemlich Ja Lose vorangestellt Ohne dass wir uns Merken müssen Dass er da Versucht Eine Helen Auszubilden Wie man gegen Vampire Kämpft Ich vermute mal Dass man sich auch Die Feefe nicht groß Merken muss Die wohl Eine Magierin ist Die ihm erwähnt Du wenn du nach Sunnydale gehen wirst Da wirst du auf was Stoßen Auf was treffen Was dir das Leben Schwer macht Weil du ja so ein Schwermütiger Kerl bist Ja was wir in Heft Null In dem Prolog Feststellen Ist dass der Angel Nicht gerne mit Magie Umgeht und Ein Team Oder eine Schülerin Auch eine schlechte Idee findet Die Leseprobe Die man auf der Webseite Von Sunnybooks Lesen kann Ist auch Sind auch so Ein paar Seiten Aus dem Heft Null Aus dem Prolog Da kann man Gerne reinblättern Und kriegt glaube ich Dann auch gar keinen Großen Wie nennt man es Spoiler mit Weil ich das Heft Null Ziemlich Ja unwichtig Für das komplette Angel Universum Finde Und jedes Kapitel Hat auf den ersten Seiten Erstmal so ein Rückblick Wie der Angel Früher als Angelus Schlimme Sachen Als Vampir ohne Seele Begangen hat Viele Jahrhunderte Ist er durch die Welt Gewütet Ja Hat schlimme Sachen Mit Menschen angestellt Jetzt hat er eine Seele Das tut ihm alles Sau leid Weil er auch diese Schmerzen spürt Die das auslöst Und jetzt versucht er Das alles leidend Wieder gut zu machen Hat In Kapitel 1 Dann Eine Lilith Die ihm versucht Tipps zu geben Ja Die so aus Aus den Dämonenwelten Ja Als Vorhersage kommen Wie er es wieder gut machen kann Viel verrät sie nicht Weil die Zukunft immer Offen und wandelbar ist Weil Magie immer alles möglich macht Angel immer Ah Magie Weiß ich nicht Will ich nicht Na gut wenn es sein muss Nehmen wir hier ein bisschen Was eine Portion Ja Und dann Will ich gar nicht Zu viel spoilern Weil in meinem Bekanntenkreis Gibt es immer Leute Die haben tierisch Angst Vor Spoiler Ähm Heutzutage zählen schon Kurzbeschreibungen Zu spoilern teilweise Angel ist Angel ist diesmal Im ersten Paperback Im ersten Paperback wird die Fred eingeführt Ähm Und angekündigt Wer als nächstes kommt Das würde ich euch Am liebsten erzählen Aber das erzähle ich jetzt mal nicht Weil das ist Ziemlich geckig Und die Winifred Ähm Ja Die ist halt so eine gebrochene Figur Schicksalhaft Das ist jetzt nicht so witzig Aber Ähm Kommt ganz gut rüber Die mal wieder zu sehen Die Handlung Vom ersten Band Ist Ähm Ja Also der Angel formuliert so In Kapitel 1 Fragt sich der Angel Ähm Ähm Was Ich soll Social Media töten Genau darum geht's Ähm In Kapitel 2 Ja Wird das von ihm so Fragend benannt Ähm In Kapitel 3 Ja Fand ich den besten Gag Das mit der Wasserbombe Lest selbst In Kapitel 4 Wird ihm Ähm Irgendwie nochmal Erzählt Dass es irgendwo Eine Jägerin gibt Wenn er auf die trifft Wird's Interessant Mehr will ich dazu Jetzt gar nicht sagen Angel soll Social Media bekämpfen Noch gibt's Social Media Zum Beispiel Facebook Und da hat Danni Books Am 25.03.2020 Ähm Verkündet Dass David Boreanaz Boreanaz Übrigens Ähm Höchstpersönlich Darauf achtet Dass er in den Comics Gescheit gezeichnet wird Gut Ähm Ja Ob das so ist Kann ich jetzt nicht kontrollieren Aber wenn er es kontrolliert Ist ja okay Ich fand Zeichnerisch wurde's Im ersten Band Ähm 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 Ja Immer stilisierter Wie er Mit welchen Linien Er dargestellt wird Und damit wirkt es dann immer Ein bisschen mehr Was die Actionlinien angeht So Manga-esker Aber ich glaube Dass das Äh Vielleicht die weibliche Fangemeinde von ihm Gar nicht schlecht findet So lang Seit dem 25.03.2020 Wissen die Danni Books Folger Auf Facebook Schon Dass Angel Bei Danni Books Kommen wird Ist ja auch erstaunlich Das ist ja Fast schon ein Jahr Vorher Aber so viel Vorlauf Braucht man dafür Auch immer Das ist normal Die Zeichnung Finde ich immer Ein bisschen schwächer Als bei Buffy Aber Man gewöhnt sich dran Jetzt beim Nochmallesen Ich habe die Hefte Auf Englisch Alle schon mal gelesen Jetzt nochmal auf Deutsch Ähm Finde ich sie doch Ganz Ganz Angenehm Beim ersten Mal lesen Musste ich mich Ein bisschen an die Zeichnung Gewöhnen Auch an die Erzählweise Weil im zweiten Mal lesen Fand ich die Erzählweise Jetzt auch ein Stück weit Besser Angenehmer Zukünftig Wahrscheinlich Ab dem zweiten Paperback Wird Angel Ja Teils aktiv Teils passiv Um sich dann Doch eine Gang Zusammenscharen Woraus sein Team Wird Später wird Angel Noch eine Polizistin Kennenlernen Das ist jetzt kein Großes Spoiler Das ist einfach nur so Damit habe ich ja auch Gar nichts verraten Ab Heft 9 Also ab Kapitel 9 Wird in USA Die Serie Angel Nicht mehr Angel heißen Sondern Angel und Spike Das heißt Da wird dann wohl Noch ein Charakter Kommen Den wir vielleicht Schon kennen Und das wird so Richtig lebendig Auch die Serie Angel Lernt Angel Kennen Wenn er noch nicht kennt Wenn er es schon kennt Lernt den Reboot Kennen Auch schon in der TV-Serie Angel Gab es immer so Rückblenden Zu seinen Angelus-Zeiten Das fand ich immer Das interessanteste Wenn es aus Angel noch mal ein Spin-Off Als TV-Serie gegeben hätte Hätte ich eine Angelus-Serie Ganz cool gefunden In den Comics Kommt das auch Pro Kapitel Immer wieder vorangestellt Habe ich ja schon gesagt Mal gucken Wie es weitergehen wird Genau Und im nächsten Heft Also im nächsten Kapitel 5 Was dann im zweiten Paperback wohl Das erste sein wird Gibt es dann auch Eine Rückblende Von einem anderen Charakter Auch sehr gut Auch sehr schön Ja Also ich würde eigentlich Dazu raten Kauft euch den Comic Lest den Comic Ich hatte ihn jetzt Als Rezensionsexemplar Zur Verfügung gestellt Bekommen Und finde es einfach Schön mal wieder Im Angel-Universum zu sein Von meinem Bekanntenkreis Gab es viele Die sagen Buffy war viel besser Angel Aber die schönste Buffy-Folge Kommt in der Angel-TV-Serie vor Für alle Die sich Eine schöne Zeit Mit Buffy und Angel Zusammen wünschen Ist eine wunderschöne Episode Im Angel-Universum Ja Dadurch, dass es Immer Crossovers Gibt In den Comic-Universen Gibt es das auch Bei Buffy und Angel In USA Die Hefte Da gibt es Ab dem Moment Wo das Crossover ansteht Hinten in jedem Heft Eine Anleitung In welcher Reihenfolge Man welche Hefte Lesen muss Damit es Die Story gut Vorantreibt Hierzulande Haben wir es alle Ein bisschen besser Dunybox Wird auch das Crossover Als ein Paperback Denke ich mir jetzt mal so Bringen Und dann hat das Hat man es als Leser Gleich sortiert Was das Crossover Hellmouth angeht Wer die Drusilla gerne Wiedersehen möchte Kann sich da schon mal Drauf freuen Die hat da eine Große Hauptrolle Und ansonsten Wurschteln da halt Angel und Buffy Zusammen Im Hellmouth rum Und lernen sich Da in dem Reboot Dann auch Fast kennen Aber Nicht richtig Weil dafür ist Überhaupt keine Zeit Sehr turbulent Freut mich schon mal drauf Ja Ich weiß nicht Ob ich jetzt Alles erwähnt habe Was ich eigentlich Erzählen wollte Aber Ich sollte es Eigentlich nicht Zu lange machen Und habe schon Über ein Drittel An Zeit übertrieben Dann würde ich sagen Dann komme ich Langsam mal zum Ende Spoiler Bonus Spoiler Bonus Spoiler Bonus Spoiler Bonus Spoiler Bonus Hier kommt der Spoiler Bonus Ja Was Der Angel Der soll Was Habe ich das richtig gelesen Social Media töten Ja komm Also Wer schon mal Kritisch Die ganze Social Media Betrachtet Der sieht schon Was da Für Schattenseiten sind Sind diese Schattenseiten Vielleicht Dämonen Oder ist das ein Dämon Ist das vielleicht Ein großer Böser Gegner Vom Angel Warum ist das Sein Gegner Weil Social Media Die Menschheit Ganz schön kaputt macht Ja So ist es Spoiler Wer wird in 2. Paperback eingeführt Ist ein Spoiler Ich kann es sagen Wie es Eingeführt wird Das dürft ihr Selbst noch lesen Aber es kommt Dann der Gun Da könnt ihr euch Schon mal drauf freuen Hab ja schon gesagt Dass dann später noch Das Bike dazu kommt Ach so Ein geiles Ensemble Ist schon sehr witzig Ja Freut euch da drauf Und In Amerika Gibt es Bei der Buffy Serie Im Moment gerade Ein Spin-Off Von Willow Der Schriftzug Vom Cover Titel Ist Willow Und Der I-Punkt Ist ein Mond Der je nach Heft Immer mehr zum Vollmond Wird Und wieder abnimmt Sehr schöne Kurzgeschichte Bin mal gespannt Wird wahrscheinlich Ja eher Bei Panini kommen Wenn der Januar von Danny Books Schon gesagt hat Dass Angel Aus seiner Voraussicht Her Vier Bände haben wird Dann ist das da Wohl nicht mit eingeplant Freut dich dann Schon mal auf Willow Ist eine ganz schöne Serie Und Was kann ich noch Spoilern Hm 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 Ja Also das Hellmaus Crossover Ist ziemlich hellmausig Die hüpfen da runter Kämpfen da unten Mit Dämonen Ja Frenemies Ja Also es gibt ja In dem ersten Paperback Ähm Seiten 11 Bis 19 Also 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Das sind neun Seiten Hab ich gerade mal nachgezählt Ich hoffe ich hab mich nicht verzählt Ähm Da trifft der Angel Erstmals Und lernt sie in dem Reboot kennen Und das Äh Ist schön Ne der lernt sie nicht kennen Wir lernen kennen Dass die zwei sich schon kennen Nämlich die Betreiberin Des Magieladens Wisst ihr wen ich meine Die Anja Die freuen sich Die zwei sich endlich wieder zu sehen Ähm Kurz vorher war jemand in dem Laden Das sehen wir als Leser auch noch Ähm Der Angel sieht sie nicht mehr Die hat ihm gerade das Weggenommen Äh Mitgenommen Bezahlen muss ich später Was der Angel gerade abholen wollte Und indirekt wird er damit Äh Zu ihr geschickt Damit das von ihr vielleicht Willkommt Weil er braucht es auch Was die Vorkundin Da mitgenommen hat Ja Aber lest selbst Sexy Bonus Sexy Bonus Sexy Bonus Hier kommt noch ein kleiner Sexy Bonus Am attraktivsten gezeichnet Ist die Lilith Gefällt mir richtig gut Ja Deswegen kann ich den Comic Auch optisch empfehlen Ich erzähle euch das Ganze Als Aufnahme Am 20.02 Wann ihr es hört Ist euch überlassen Am 20.02 Hat der Schauspieler Anthony Stewart Hed Ähm Geburtstag Das ist der Charakter Rupert Giles Bei Buffy Und das ist doch cool Ja Das waren die Comic Cookies Macht's gut Tschöö La, 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 la